Stream es an, jedenfalls. Mal gucken, ob Menschen uns finden. Ich bin dann mal am Andere. Ja, das ist auch gestartet. Ich werde jetzt mal was anderes einstellen. Und zwar... Mach ich jetzt auch mal das WoW-Ding rein. Anstatt das Andere da eben. Nee, welches andere? Ich dachte, du hast das WoW-Ding drin. Ja, ich hab mehrere reingestellt. Mach ich mal nur das WoW-Texture-Pack rein. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt braucht er ja erstmal ein bisschen. Ich glaube, er ist schon wieder abgekackt. Tja, das kann ich das Spiel halt nicht spielen, du. Oh. Ja gut, normale Menschen programmieren dann Ladebalken hin. Damit die auch wissen, dass das Spiel nicht abgestürzt ist. Sondern noch was macht. Aber es ist ja nicht jeder so nutzerfreundlich drauf wie ich. Also es ging, aber du hast nur nicht gerafft. Das andere ging tatsächlich nicht. Aber das ist echt schick. Oh, es ist so laut. Warte mal, ich hör grad gar nichts. Ich mach mal eben ganz leise. Was halt das immer so wegbräult hier. Gesamtlautstärke erstmal auf... Keine Ahnung... Ein Drittel nur noch. Und ist trotzdem noch laut. Und die Musik ist nur noch ein Drittel vor einem Drittel. Was ist das für... Sag mal was. Hallo. Mein Name ist Mario. Also ich hab jetzt die Gesamtlautstärke auf ein Drittel. Und die Musiklautstärke ist jetzt auf ein Fünftel. Also ein Fünftel vor einem Drittel. Damit das angenehm laut ist. Ja, so sieht's bei mir auch ungefähr aus. Das kann ja wohl nicht angehen. Wer hat denn da das programmiert? Das geht ja nicht, ne? Aber das kann ja nicht jeder alles so aufeinander abstimmen, wie ich das getan hätte, ne? Ich hab dich auf den Arsch. Der Stream läuft auf jeden Fall. Das ist gut. Okay, jetzt gibt's irgendwie noch ein Problem, dass ich keine Ahnung hab, was das für Blöcke sind, weil ich das nicht erkenne. Ja, okay. Ich trete jetzt mal deinem Server bei. Okay. Mal gucken, wo ich lande. Ah ja, na du. Richtig. Ja, das sieht auch alles in Ordnung aus. Ich bin grad ein blasser Vampir-Emo hier. Okay, dann funktioniert da auch der Skin, den ich da noch drin hatte. Du hast einen lächelnder Fuchs. Das ist sehr niedlich. Ich probier mal eben, ob ich dich dazu schalte. Ah ja, das funktioniert. Okay, das funktioniert auch. Müsst du mal gucken, ob ich irgendwie... Ich habe gerade Matt in der Hand. Erfolgrat ist Spielerschaden an anderen Spielern an. Ja, ja, das ist halt nur unpraktisch, wenn ich auf dich klicke oder du auf mich klickst. Und dann schlägt man sich. Ja, das ist schon witzig. Auf jeden Fall sieht das hier alles aus. Das ist richtig. Dann werde ich jetzt erst mal kurz posten, dass ich streame, während ich hier am Strand stehe. Da gibt es ja auch Befehle für die Konsole, für die Server und alles. Das ist ja so anstrengend, dass man da alles beachten kann. Put up vor Gronkh, dass der da so einen großen Server jahrelang in Betrieb hatte. Dass er Zeit gefressen haben, ist ja unglaublich. So, also. Ich glaube, die Musik werde ich ausmachen. Das ist mir zu dominant. Die ganze Zeit ist es wie Owegefiedel im Hintergrund. Das ist halt so eine kräftige Musik. Pompös, orchestral, breit. Das brauche ich nicht beim niedlichen Minecraften. Das ist natürlich doof, dass dann gar keine Musik im Hintergrund an ist. Aber ich werde es überleben. So, erstmal poste ich das bei uns in die Gruppe. Und Robby. Okay, ich habe Friendly Fire ausgemacht. Also ist das Feuer jetzt unfreundlich. Ich höre gerade Schlitzen, aber ich sehe gerade nichts. Ja, ich versuche auf dich draufzuhacken, aber es passiert nichts. Vor allem, bevor ich es rausgemacht habe. So, dann tue ich nochmal eben einen. Kann halt jetzt sein, dass die anderen Blöcke von dem Mod natürlich nicht nach WoW aussehen. Nö, das ist ja, das ist normal. Das sind ja nur die jetzt WoW-Ich, die... Die von Anfang an drin sind. Ja, ja, also genau. Die, die halt in der Version halt normal sind. Die sind jetzt WoW-Ich. Und alles, was Mod ist, das bleibt halt so, wie die Mod-Leute das gemacht haben. Das ist wohl richtig. Deswegen kann man auch mehrere Mod-Packs, äh, mehrere Resource-Packs in die Richtung runterladen, die man quasi in die Hierarchie packt. Weißt du, wie ich meine? Quasi, wenn du davon nichts findest, dann guck in dem Pakt nach. Wenn du das nicht findest, guck im nächsten Pakt nach und so weiter. Und ganz unten ist dann immer Default, damit die Blöcke überhaupt ausgefüllt werden alle, ne? Du weißt, was ich meine? Ja. Okay. So, dann werde ich den Chat mal kurz rausploppen. Hm? Oh, mir ist falsches Zeug gecraftet. Okay. Weil ich keine Ahnung habe, was ich hier gerade mache. So. Dann spielen wir mal. So, dann packe ich das hier noch auf Facebook, die Info, und dann kann ich wieder ins Spiel. Ja, Mann. Und? Nee, jammern muss ich jetzt nicht mehr. Es läuft ja jetzt, ne? Boah, war das die Hölle. Vier Stunden lang darum kümmern, dass ein Spiel läuft, ne? Hallo. Tachchen, Elfsche. Fuchsie und Kitty, genau. Ja, auch Elfsche. Ich habe mich eben so aufgeregt. Ich meine, natürlich habe ich... Man hat es nicht wirklich gemerkt, dass ich wütend war, ne? Weil ich mich ja gut zurückhalten kann. Ne? Ich kann mich immer sehr gut zurückhalten, wenn ich mich aufrege. Deswegen merkte man nichts. Deswegen sage ich es ja jetzt. Ich habe mich aufgeregt. Aber das hat man nicht gemerkt. So. Ach. Unglaublich. Na und Elfsche, was treibst du so? Fälle den Baum, halte links, klick fest. Ich weiß doch. Ich habe doch sogar schon gegen Zombies gekämpft und so. Ja, das WoW-Texture-Pack sieht doch auch in Ordnung aus. Ich mag das nur nicht, dass quasi der ganze Block nur aus gefühlt 16 Pixel besteht oder so. Da kriege ich auch einen Krebs, wenn ich so nah rangehe. Ich gebe dir mal ein paar Sachen, die ich gerade gebaut habe. Okay. Also kriege ich von mir einmal Gore-Hall zum Angreifen. Gore-Hall? Einmal eine Spitzhacker. Oha. Und einmal eine Axt zum Angreifen. Hast du schon alles... Neue Fortschritte erzielt, technisch. Das ist nur die Stein-Sache. Okay. Ja, ja. Klar, aber dass du das so schnell schon gemacht hast hier. Ja, da muss man ein bisschen Steine bauen und dann wartet. Ja, ja. Ich meine, ich bin jetzt jahrelang raus. Ich habe jetzt seit Jahren kein Minecraft mehr gespielt, aber auch, äh... Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja gerade nur kurz gepostet, dass wir streamen und du hast schon Sachen. Bist ja schnell. Gibt es eigentlich auch so ein Automatic Decay hier, dass die Bäume jetzt langsam absterben? Wenn das Holz weg ist? Was? Wenn die Ficker kommen, okay. Ähm. Ah, guck mal, wie sich das sogar bewegt hier. Oh, ist das schön. Mhm. Wir haben jetzt auch dasselbe Resource-Pack, ne, Elfsche? Ja. Und dieselben Mods und alles. Und sind auf dem Server. Der ist bei Mario. Ich habe ihm den gerade eingerichtet. Ja, Jan hat vier Stunden lang Minecraft-Probleme gelöst. Oder quasi, Jan hat vier Stunden lang gemeckert. Also eigentlich habe ich zweieinhalb Stunden, während Mario Probleme gelöst hat. Sag mal so, ich habe tatsächlich so zweieinhalb Stunden selber an den Problemen gearbeitet und die letzten anderthalb habe ich hier gesessen, Wein getrunken und Mario vollgejammert. Weil nach zweieinhalb Stunden, ohne eine Lösung zu sehen, an was rumzuschrauben, ist das nicht so der Jan-Style. Das, da reicht meine, meine Geduld nicht für aus. Hier war irgendwo ein Loch. Ja, hier. Da war ein Loch. Hinten habe ich ein Loch. Da bin ich jetzt irgendwo runter. Was machst du denn da? Er sauft dich nicht. Da bin ich jetzt irgendwie runter. Ich will dann wissen, was da ist. Weil da ist ein Loch im Boden gewesen. Du hast ja schon so eine Dirt-Basis quasi gemacht, ne? Hier ist ein Zombie in der Nähe. Ich höre hier Geräusche. Ich habe mich nur da reingekramen. Oh Gott, geht es da tief runter. Immerhin zweieinhalb Stunden, sonst tickst du schneller aus. Yay! Elfsche lobt mich. Wie das Schwert-Symbol ausgetauscht wurde durch ein, wie heißt das Schwert nochmal? Aschbringer, ne? Gorhaul. Aschbringer hieß das, glaube ich. Das Schwert ist Gorhaul. Das ist, du haust gerade übrigens mit einer Holz-Axt auf die Steine. Ach stimmt, das war mit der Spitzhacke. Deswegen dauert das so lange. Ich bin seit Jahren raus aus. Ich wollte gerade sagen. Das sollte man doch wohl wissen. Dass man mit einer Spitzhacke auf Steine haut. Das ist ja auch bei Minecraft. So, mein Elfsche, sieht man eigentlich alles soweit ganz gut im Stream vom Licht her? Ich meine, wir sind jetzt gerade in einem unbelichteten Erdbau. Es ist jetzt hier nicht Tageslicht. Aber kann man soweit alles sehen? Weil ich weiß, mein zweiten Monitor, den ich hier laufen lasse, der ist halt unheimlich dunkler eingestellt. Da muss ich nochmal irgendwie was machen. Sag mir mal, wenn du Kohle findest oder so. Ich habe null Ahnung von Minecraft. Also, Elfsche. Minecraft im Endeffekt ist, dass wir hier zu zweit in so einer offenen Welt sind. Und wir können die ganze Welt abbauen und uns damit quasi selber alles zusammenfummeln. Okay, was ich mal machen kann, ist bei Grafik die Helligkeit manuell nochmal ein paar Prozente draufgeben. So, jetzt ist es hier ein Ticken heller. Weißt du das, Elfsche? Ist ein Ticken heller. Inkski. Guten Abend. Kleines Stück. Ola. Oh. Ja, Inkski ist ja nur irgendwas zwischen drei und vier Zentimeter groß. Oh, ich finde keine Kohle. Du hast sogar einen Schwanz hinten. Das ist witzig. Was knurrt einen denn hier so an? Irgendwo ist hier ein Zombie versteckt. Ja, ich glaube, hier ist irgendwie so ein Dungeon oder so. Ja, irgendwie hier drunter unter der Erde, ne? Irgendwas grummelt hier rum. Eine Kuh. Wie sehen die Kühe hier außen im Pack? Ah. Hallo, Kuh. Ein plattes Gesicht. Ich muss mal irgendwie an einem Berg vorbeilaufen und gucken, ob es da Kohle gibt. Weißt du, was tatsächlich noch sinnvoll wäre? Nicht, äh, zu wissen, wo du bist? Ja, eine Minimap, hätte ich jetzt gerade vermutlich gedacht. Geht das nicht, wenn man eine Karte irgendwie bastelt? Ich weiß nur, es gab auch so Mods, mit denen man eine Minimap direkt in der Ecke hat. Könnte man zum nächsten Mal ja irgendwie vorher mal, ne? Ja. Erfummeln, ob das geht. Ja, das sieht so aus, als könnte man hier erkennen, dass irgendwo Kohle ist. Oh, das ist einfach nur ein Bogen. Kohle oder so. Das ist richtig. Ich liege auf einem Abschminkpad zugedeckt mit einem Taschtuch und gucke auf meinem Mini-Smartphone Jan beim Blöcke abbauen zu. Ja, dein Mini-Smartphone ist ja quasi auch ein riesiger Flachbildfernseher für dich. Das ist ja quasi eine Kinoleinwand. Ah, da muss doch irgendwo ein Berg sein. Musst du aufpassen, dass du nicht aus Versehen mit der Schminke irgendwo bei jemandem im Gesicht landest. Da hinten ist ein Berg. Kitty ist ein Minecraft-Fuchs, genau. Ja, mein Skin ist ja hier so ein, wie man sieht, so ein Vampir-Upsala-Emo-Gedöns mit so einem grünen Ding am Arm. Wo bist du? Äh, ich bin hier Richtung Berg gelaufen. Okay. Dann laufe ich auch mal Richtung Berg. Dann sollte ich dich doch sehen. Ja, da unten ist er. Boah. Flamestarf. Flint Irony. Ich bin erstmal verreckt, weil ich runtergefallen bin. Also fast verreckt. Bist du tot? Nein, 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 fast verreckt. Auf zu sterben, Jan. Du sterbst ja schon ohne, dass Monster hier sind. Marion, guten Tag. Ich verstehe es nicht. Haben die so viele Blöcke oder ist das alles? Was ist ein Dirtstone? Ich würde gerne wissen, was die richtigen Minecraft-Bezeichnungen sind. Ich hätte mir nicht das Grafik-Pack runterladen sollen, ohne eine Ahnung davon zu haben, welche Blöcke hier gemeint sind. Ich sehe hier nichts. Wo ist hier Kohle? Ich will doch nur Kohle. Ich dachte, ich hätte die wieder verändert. Erde, Granit, Eichenholz, Bruchstein, Diorit, Andesit. Nein. Aber auf jeden Fall sehe ich hier die normalen Zeichnungen. Ach, du hast es auf Deutsch, ja? Natürlich. Mach ich auch mal auf Deutsch. Deutsch. Ich habe vor ein paar Tagen auch angefangen mit Minecraft. Weiß jemand, ob man auf LAN-Servern-Mods installieren kann? Kann man. Aber es ist halt alles scheiß und schwer. Ich habe es gar nicht hingekriegt. Und ja, Mario hat da ja auch stundenlang rumprobiert, bis es geklappt hat, weil das ganz fürchterlich anstrengend gemacht ist. Die können ja nicht einfach machen, dass man einfach sich im Menü zusammenklickt, mit welchen Spielern man was machen will. Nein, das muss man ja alles quasi selber programmieren. Wo ich auf Deutsch geklickt habe. Ja, manchmal zeigt er auch oft keine Ladebalken an. Jetzt will ich einfach mal warten. Ja, kannst du ja. Ich stehe mal so ein bisschen im Regen und gucke auf deinen Charakter. Also, es ist an sich ein schönes Spiel. Nur der Multiplayer, der ist halt maximal unperformant gemacht. Okay. Weil er halt, er ist halt darauf ausgelegt, also Minecraft ist darauf ausgelegt, dass du damit alles machen kannst. Das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Discord und TeamViewer. TeamViewer ist nicht so schön wie Discord. kannst aber alles mitmachen, kannst viel feiner alles mögliche einstellen und erweitern und selber ausstatten mit Funktionen und sogar Guis unter allem. Ganz einfach, wenn das kannst. Und genauso ist Minecraft. Minecraft bietet im Mehrspielermodus einem so ziemlich gar nichts bieten die einem da an. Gar überhaupt nichts. Du kannst halt irgendwo Server kaufen, dann übernimmt jemand anders. Aber, wenn du dir das selber machen willst, dann musst du da erstmal wissen, genau welche ganzen IPs du hast. Musst dann da irgendwelche Sachen runterladen und entpacken und installieren und musst dann da irgendwelche extra Ordner machen, indem du dann da irgendwelche Textdokumente bespielst, was du irgendwelche Werte umschraubst und was weiß ich. Und das funktioniert jetzt wieder nicht und dann musst du da noch Programme drüber laufen lassen und irgendwelche anderen Sachen installieren. Dann hast du bei Minecraft auch tausend Versionen, wo bestimmte Versionen immer nur mit bestimmten Aussehenspaketen und bestimmten Modifikationspaketen kompatibel sind und das muss alles harmonisieren und jeder, der zusammenspielt, muss immer genau über die gleichen Sachen verfügen. Und das ist halt, ja, das ist ja gemein. Ja, ja, das ist, äh... Ich find's halt auch schöner, wenn's einfach nur funktioniert, es dafür aber einen Ticken weniger kann, als wenn es potenziell alles kann, aber für den Otto-Normalverbraucher nicht zugänglich ist. Äh, ja. Äh, jetzt ist immerhin auf Deutsch. Mhm, da ist er wieder. Da bin ich wieder. Und ich stell's mal nochmal auf Tag, dass keine Monster kommen und uns schon mal umbringen. Mhm. Magie. Weil wenn wir uns irgendwo niederlassen, ganz sehr ruhig einen Normaltag, Nacht machen, ne? Ja. Jetzt hoff ich aber doch mal hier irgendwo... Ach, cool, ey. Wegen Fackeln und so, ne? Dort sind Tintenfische im Wasser. Brauchen wir auch für Eisen zum Schmelzen und so. Ja, Kohle macht ja so'n, so'n Ofen an, ne? Ja. Ich hab keine Kohle hier bei mir im Haus. Ist das schlimm? Ja. Hm? Keine Kohle? Also in meinem echten Leben hier im Haus, meine ich, hab ich keine Kohle. Na, ich guck mal eben. Du meinst, du hast keine Kohle, um Dinge zu kaufen, oder wie? Naja, gut, das kommt dazu. Im Moment geht's, ist der Monatsanfang. Aber ich meine jetzt allgemein. Also ich hab jetzt keine Kohlepakete im Flur liegen. Kessi hat ja 800 Kilo Kohle. Aber die heizt damit ja auch. Die ist eigentlich net schlecht, oder? Shift, Space, Control. Mit so'n Wasserfall. Mit so'n Wasserfall. Schon. Mittelklick. Regenstand fallen lassen. Hätte ich gerne das hier. Regenstand in den Händen wechseln, ist okay. Inventar ist I und nicht E. Ich hab irgendwie so's Gefühl, dass diese ganzen komischen anderen Steintypen eventuell sogar von Industrial Crafts sein könnten. Ein paar ja, aber du musst bedenken, wir sind schon bei ein paar Versionen weiter, als wir beide wahrscheinlich gewohnt sind. Ich meine jetzt von dem Texture Pack, dass die sogar sich die Mühe gemacht haben für Industrial Crafts oder so. Garantiert. Da sind zwölf Content-Pakete drin oder so. Also so, dass es halt dass die Blöcke von Industrial Crafts nicht normal aussehen würden. Und ich sie deswegen auch nicht erkennen würde. Mhm. Und ich vergeblich nach Kupfer oder so suche. Karmid, Bergbank, Grobe Erde, Kunde. Andesid. Andesid hat das normale Spiel, aber das ist nur eine Gesteinsart. Ja. Hör, wie die aussehen hier, diese komischen. Ja. Viecher. Das ist kompliziert. Ich muss mal eine neue Spitzhacke machen. Was bist du denn? Ach, da oben. Was stopfst du da schon wieder in dich rein? Ich habe einen Mörlock gehört, wie niedlich. Ähm. Ah, da sind sie ja auch. Ich glaube, das ist nicht so niedlich, weil Mörlocks sind, glaube ich, Creeper. Ne, ich glaube, das sind Hühner. Ich habe schon welche gesehen da hinten. Hier. Die sind doch normal aggressiv. Hier hinten sind Mörlockhühner. Da. Ja. Süß. Erstmal gleich getötet hier. Ja. Auf jeden Fall. Das ist witzig. Ja, aber hallo, da spielt er einfach Minecraft. Ja, guten Abend, ähm, Corby. Das ist richtig. Das spielen wir hier auf dem Server gerade. Jetzt würde ich nur gerne wissen, ob das mit den Darksville-Crafts so funktioniert. Das wird eh viel Arbeit, sich da rein zu fummeln. Also, grundsätzlich stopfe ich manchmal viele Dinge in mich rein. Ich habe noch einen. Oh, da ist jemand ein Level-Up. Hm? Ja. Wieso war ich mit dem Level-Up? Ich glaube, das war ich. Vielleicht warst du das jetzt gerade auch. Hi. Huh. Ich habe dich erschreckt, ne? Ja. Hm. Hast du schon Kupfer oder so gefunden? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich habe bunte Steine gefunden. Bunte Steine. Du Ferkel und Huwe, Elfschi. Was? Ich bin lieb und unschuldig. Ich glaube, du kannst Seligkeit noch etwas erhöhen. Du Klakai, kann ich das machen? Ich merke da eh kaum einen Unterschied. Noch mehr erhöhen? So, jetzt habt ihr noch heller. Ich meine, in Höhlen soll es ja dunkel sein, wenn man keine Fackeln hat eigentlich. Ist richtig. Ist ja auch dunkel. Kohle, Fackeln. Ruhig. Jaja, habe ich gerade. Ich sehe das eh nicht gut, weil auf meinem Nachbarbildschirm ist eben alles sehr dunkel. Weil der, wie gesagt, ist falsch eingestellt. Ist da schon Lava da hinten? Ach, eine Fackel ist da. Na, du Höhlenbauer? Mal los. Hallo. Du klopst nun Steine, um was zu finden. Also Elfschi Minecraft ist quasi nicht nur Steine. Du kannst auch mit der Axt Bäume abbauen. Du kannst Erde abbauen. Im Endeffekt kannst du bis auf den Grundstein im Spiel, ganz unten, kannst du in diesem Spiel jeden Block der Welt abbauen, wenn du die richtigen Werkzeuge hast. Und darum geht es in Minecraft. Du kannst die ganze Welt abbauen. Daraus bekommst du dann Dinge. Und du kannst dir auch ein eigenes Haus, eine Burg, ein Schloss oder eine Fabrik oder sonst was bauen. Und ja, das ist halt Sinn des Spiels, dass du dir quasi, das ist wie Lego. Du kannst dir da deine eigenen Welten bauen. Du kannst dir alles nach deinem Willen formen. Ne? In welchem Modus spielt ihr denn? Habt ihr auch etwas Bestimmtes euch vorgenommen? Also wir spielen hier aktuell mit Industrial Craft und Build Craft zusammen, wo schon mal vieles drin ist. Ähm. Ja, ansonsten haben wir halt ein WoW-Texture-Pack drin. Und nutzen die Version 1. Oh, mehrere. Und nutzen halt die Version 1.12. Ähm. Und vorgenommen haben bei uns, glaube ich, noch nicht so wirklich was, ne? Einfach mal daddeln und gucken, worauf man so Bock hat. Ich wette, wenn das Spiel später voranschreitet, wird Mario eher jemand sein, der sich da Fabriken zulegt und Atomkraftwerke und sowas. Und ich werde wahrscheinlich irgendein gruseliges Schloss bauen und sowas. Lasst uns mal irgendwie... Hm? Ein zombie-sicheres Dingenskirchen-Dingens... Ein Haus. Genau. Okay. Wie bereite ich noch mal Essen zu? Ähm. In der Küche. Wie in der Küche? Na, hast du keine Mikrowelle? Dieses resignierende Seufzen. Ich bin... Ich finde mich witzig. Aber es ist echt eine gute Fläche. Ich frage dich normalerweise, weil ich Informationen haben will. Ich dachte, du fragst mich, weil du unterhalten werden möchtest. Aber du, das weiß ich selber nicht mehr, wie man Essen herstellt in dem Spiel. Deswegen dachte ich, wenn ich dir schon keinen Informationswert geben kann, kann ich dir wenigstens... Ich bin mir wenigstens noch auf den Sack. Nein, ich dachte, den gebe ich dir wenigstens noch in Unterhaltungswert. War doch gut. Ich mach mal so ein bisschen hier die Ebene planen. Ne, das ist doch eine gute Ebene, um ein Haus zu bauen hier, oder? Oh ja. Kannst du... haben. Äh, wie mache ich noch mal ein Feuerzeug? Ich glaube, dazu brauchst du noch ein Feuerstone halt. Mit Kohle und Feuerstein, oder? Oh, das sogar schon. Oh, geh da weg. Ich will hier arbeiten. Jetzt habe ich mal einen Ofen gemacht. Mia, Niko, Marta. Guten Abend. Meine Mana-Balken nehme ich schon ziemlich niedrig. Und ich brauche noch ein bisschen was zu essen. Okay. Ich stirb gut. Ich brauche dann Essen. Wozu braucht man den rechten Balken eigentlich noch mal? Na, das ist das Essen. Ach so. Ich sterbe, wenn ich... Wenn es voll ist, regenerierst du HP. Und wenn es leer ist, dann verlierst du HP, weil du vorhungst. Oh, das ist ja... Aber der ist zum Glück bei mir noch relativ stabil. Dann bin ich ja mal gespannt. Mit diesem Industrie ist direkt von Minecraft oder ein Add-on, dass irgendjemand dafür programmiert hat. Ach, ey, du kennst doch wohl Minecraft. Minecraft bietet doch von sich aus nichts an. Also... Oder nur sehr langsam. Das ist natürlich ein Mod-Pack. Ja, genau. Ja, wie gesagt, das ist ein Mod-Pack. Thronen machen. Wir haben doch dein Gesicht als Unterhaltungswert. Das Gesicht, das beißt dich gleich. Mario, halt die Goschen. Über sowas Freches kann man nicht lachen. Da kann man sich nur empören. Ich glaube, ich muss mal noch schnell ein bisschen Holz beschauen. Was? In welchem Mode? Also, Steine wegkloppen und mit Ressourcen was Neues bauen. Weglopsen. Ja, ja, genau. Das ist im Endeffekt Sinn der Sache. Dass man hier Steine wegkloppt und sich damit was Schönes baut. Aber es regnet hier so. Na, Mario? Oh no. Eichenholz. Man kann doch aus Holzbretter machen, ne? Ja. Sehr schön. Ja, weil wir wollen ja ein Haus. Wo machen wir die Tür hin? In welche Richtung? Hier zum Wasser hin, oder? Hast du schon eine Tür gebaut? Ich mach gerade kurz eine. Mach das mal ruhig. Ich wollte die Wände anfangen zu bauen. So, eine Tür. Ja, wie du willst. Mach. Und guck, dass keine Creeper uns wegbumsen. Wenn irgendwas kommt, dann fange ich an zu jaulen. Ja. Musst du mich befützen? Ja. Das ist elf, schon gucke. Ich kann hier auch Dinge in mich hinsetzen. Nicht nur wegklopsen. Und hier könnte man eine Tür, Platz zu lassen für eine Tür. Okay. Mario denkt gleich stabil und packt da Steine hin. Aber kann man ja auch gut als Act-Ding benutzen. Bisschen 3D ist immer ganz gut fürs Aussehen. Ja. Was war das für ein Geräusch? Achtung. Na, komm her. Zombie, komm. Solche Viecher kommen dann zum Beispiel. Böser sind ein bisschen die Skelette. Die können nämlich Pfeile schießen. Oder die Creeper, die springen. Da kommt ein Creeper hinten. Was ist das denn für ein komischer Zeug? Oh. Achtung, das sind Goblins. Achtung. Weg, 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 weg. Jo, die sprengen sich und machen dabei ordentlich Späne. Dadurch kann man aber auch viele Sachen einsammeln. Wenn man aber getroffen wird, ist man ohne Rüstung natürlich nahezu instant tot. Und es wäre natürlich unschön, wenn es irgendwelche teuren Objekte wegsprengt, wie Maschinen. Richtig. Deswegen sollte man sichern. Deswegen sollte man gucken, dass es hell ist im hellen Spawn. Richtig. Genau, überall, wo es hell ist, Spawn hier nicht. Das sollte man beachten, wenn man später seine Basis baut. Können wir nicht irgendwie Betten oder irgendwie Bolle? Brauchen wir, glaube ich. Genau, wir bräuchten Wolle von Schafen. Dazu brauchen wir aber auch erstmal eine Schere. Und dazu bräuchten wir Eisen. Können wir das Haus fertig bauen? Ja. Ich habe nur gerade ein bisschen geguckt, ob hier Viehzeug. Da hinten sind Viecher, aber die sehen uns nicht. Das ist gut. So, ich habe hier noch Holz. Dann mache ich noch eine dritte. Achso, willst du Doppeltür? Okay. Ja, das ist symmetrisch. So. Habe ich noch Holzstücke dabei? Nee. Ich gehe mal kurz einen Baum fällen. Oder zwei. Oh, Gottes Willen. Was war das? Ein Enderman. Ach, ich habe mich nur erschreckt. Blödes Vieh. Was macht das hier für Geräusche? So komisches. Willst du mal dein wichtigstes Zeug in die Truhe tun? Falls du irgendwie da krepierst oder so. Hübsche Truhe. Ja. Shift-Rechst-Klick kannst du einfach Zeug reinwerfen. Aber ich glaube, das geht gerade nicht, weil ich drauf zugreife. Kann das sein? Nö, ich sehe es. Ich höre irgendein Grummeln. Hier ist keiner. Okay. Aber du bist der Erste, der diesen Namen richtig ausspricht. Von Necromanta bis Nekotata war heute alles dabei. Naja, aber ich weiß ja, dass das halt aus dem Japanischen entlehnt ist. Deswegen weiß ich ja, dass das halt eine Katze ist. Haben wir ein bisschen Eisen oder so? Eisen habe ich nicht gefunden bisher. Hat mich schon gewundert, okay. Die Zombies einfach wie Skeletor aus He-Man. Ja, 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 aussehen. Sorry, da spricht der Wein aus mir. Prost. Zum Thema Wein aus dir. Ähm. Du mir. Ja, nicht quietscht. Da habe ich Stöpsel in den Ohren. Ja, was kann ich dafür, wenn du mich anders so erschreckt? Same. Das sage ich in Kuba, ne? Auch schon wach. Wein geht immer. Ja. Damit ich nicht so viel weinen muss. Und keine Bäume auf der Fläche. Versuch mal, ob ich jetzt Dinge reintun kann. Soll ich dir mal, ich habe hier so 45 Kohle, die tue ich da mal eben rein, ne? Ja. Sag mir, wenn du irgendwo einen Gummibaum findest. Federn habe ich, ein Eichensetzling, Erde, wie kann ich denn Dinge direkt rüberschieben? Ah, so, mit Shift und drauf. Shift, Rechtsklick. Granit, Bruchstein, Diorit, Andesit, Erde. Macht Fichtenholz eigentlich ein dunkleres Holz? Ich probiere das gerade mal aus. Natürlich. Wenn ich mir was zu essen, muss ich hier das in den normalen Ofen reinwerfen. Oder? Jetzt habe ich ein andersfarbiges. Was man machen kann, ist uns hier auch eine... Oh, ja, geht. Workbench, dass wir hier auch eine haben. Ja, Steaks. Brutzel Steaks. Guck mal in den Ofen, der sieht auch cool aus. Ja, das ist schön, das Texture-Pick. So, dann haben wir jetzt hier auch eine... ...eine Workbench. Gelehnt. Oh, oh. Hier viel Zeug. Braucht mal Bäume. Aua, ich bin gleich tot übrigens, also... ...wundern. Jo, jetzt bin ich tot. So, jetzt muss ich erst mal wieder zu dir finden. Im Dunkeln. Nackt. Oh, oh. Ja, ohne Minimap ist das eine kleine... Du musst... ...irgendwo... ...gegenüber vom Wasser irgendwo. Naja, irgendwie in die Richtung, genau. Doof ist halt nur, dass sie natürlich auch gleich Viecher kommen. Renne ich mal hier lang. Bin auch tot, ich komm mit. Ja, dann kann ich ja hier. Hier, warte, warte, warte. Hier, ich hops grad. Ja, endlich. Ja, in der Sonne, da können die nicht lange überleben, tatsächlich alle. Ach so, du hast es ab Tag gestellt. So. Ja, ich bin ein Zauberer. Ja, ja, du bist Zauberer. Ich kann so Magie. Folge mir schnell, bevor die Gäste... Ach, man verliert auch sein... ...man verliert auch sein Level. Und man stirbt. Das Zeug liegt jetzt rum, bis wir wieder da sind. Ja, ja, genau. Das Zeug, das weiß ich. Aber ich wusste nicht mehr, dass man... ...man auch... Ja, das ist ja eigentlich nur dieses Verzauberungszeug. Naja. Ist ja kein richtiges Level. Ja, ich find's nur schön, wenn da eine hohe Zahl steht. Das ist so für mein Ego. Schön. Was denn? Ich mag hohe Zahlen für mein Ego. Das ist natürlich, ob man die Chatbefehle nur erstellen kann, wenn man schon Affiliate ist. Ähm, manche Dinge gehen tatsächlich erst als Affiliate. Chatbefehle sollten schon vorher gehen, oder? Ich weiß halt, äh... ...dass du zum Beispiel erst mit Affiliate Geld verdienen kannst. Vorher nicht. Das war bei mir auch ewig, äh... ...nicht erfüllt. Jetzt bin ich Affiliate, aber halt kein Partner. Aber da kann ich auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Bis ich mal Partner bin, weil... ...dazu brauchst du 75 regelmäßige Zuschauer. Das ist ja... Äh... Und ja, das ist witzig. Ah, ich hab Melonen gefunden. Au. Alles Zeug mal eingesammelt. Mach das. Irgendwas zischt hier. Also ohne Haus ist es übrigens gefährlich. Wie man gerade gesehen hat. Deswegen... ...sollte man damit nichts... ...sollte man eigentlich normal auch nicht so groß anfangen zu bauen wie Jan. Sondern dass man... Ein Dreckloch. Ein kleines Erddreckloch. Aber der Aristokrat kann ja nicht in einem Dreckloch leben. Und dann verreckt er halt, ne? So ist das halt. Der moderne Mensch. Was? Der moderne Mensch. Ja. Wie? Penny hat nicht mehr offen. Ade, Schnöde-Welt. Boah. Ja. Quasi. Brauch mehr Holz. Außerdem brauch ich gerade... ...Mitleid, meine Lieben. Warum? Na, ich bin gerade gestorben hier. Weiß gar nicht, wie Mario das einfach so wegsteckt. Ohne eine mittelschwere Depression zu bekommen. Was ja ne... ...ne angemessene Reaktion wäre. Ich hab doch nix verloren. Nö, das ist richtig. Aber mir geht's, glaub ich, ums Prinzip. Hm. So, jetzt brauch ich Holz. Echt mal Schafe finden. Wenn ich wüsste, wie Schafe hier aussehen. Hühner sind jedenfalls schon mal Murlocs. Kühe sind Kühe. Wie gesagt, solltest du irgendwie Gummibäume finden. Sag mir Bescheid. Okay. Das kenn ich ja gar nicht im Spiel. Aber ja. Das ist auch von Industrial Craft. Okay. Mit Gummibäumen kannst du Flummis bauen, oder was? Ja, krass. Sag mir nicht, da kriegst du aus Gummibäumen tatsächlich irgendwie Gummi halt. Gummi. Echt? Okay. Man muss einen Zapfen dran machen. Das ist... Oha. 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 Oh, das ist so ein riesiger Baum. Ich bin auch riesig. Naja. Du was? Wenn ich so nah an den Bäumen stehe, habe ich manchmal das Gefühl, ich habe ein Brett vorm Kopf. Beendest also gerade Holz mit deiner Scheibe Fleisch. Das ist richtig, Elfchen. Ich verprügle den Baum mit einem Steak. Ich habe doch nichts mehr. Ich habe doch eine Axt vorwinden. Ja, ich habe doch das Zeug wieder... Ja, ich sollte mal wieder näher kommen, ne? In die Truhe reingepackt von mir. Okay. Also, ja, Elfchen, das geht. Das dauert halt länger. Als du gestorben bist. Ja, ich werde da gleich wieder depressiv. Ist doch in Ordnung. Mach doch, dass ich depressiv bin. Das ist völlig in Ordnung. Du machst das so oder so, also kann ich wenigstens Spaß dabei haben. Seht ihr das? Er freut sich an meiner... Depressionen an meiner völlig gerechtfertigten. Es gibt, glaube ich, kaum eine Person, die so einfach zu handeln ist wie ich. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Na? Oh, baut. So, äh, die Axt. Die Stützbezacke. Müssen wir auch nicht übertreiben von Anfang, ne? Erstmal einen kleinen Grundriss. Ja, sonst hätte ich halt gleich ein Schloss angefangen, aber... Hust, klar, nur Grundriss, Hust. Steine Axt. Wie hier Dinge schon Magie haben. Wie hast du das gemacht? Wie Dinge schon... Ach so, das ist von Monstern, ne? Stimmt, ja. So, Hacke. Ist für Steine. Axt ist für Holz. War das andere noch? Schwert. Und... Da war ja was. Ein Ei. Das ist so, wie angehaucht ist, sieht man, oder Elbsche? Du und einfach, lol. Könntest du Mario etwas lauter machen? Kann Mario sich selbst auch lauter machen? Geht das? Schon, aber... Äh... Ich hab hier nicht Dings gehabt. Eigentlich schon. Ja. Kannst du mich nicht noch lauter stellen, oder? Du bist bei mir schon auf 200% und trotzdem zu leise. Kannst du Discords allgemein lauter stellen, vielleicht? Das ist auf 100%. Och Mann, weil wenn ihr es jetzt verstellt, dann kriege ich wieder den ganzen Tag Stress von anderen Leuten, weil alle anderen haben mich noch... Ich muss es wieder zurück an die Stellen, aber... Hm. Dann sollen die anderen Leute dich leiser stellen. So besser? Ja. Vor allen Dingen, wie ich hier so einfach mal eben in Sekunden packe... Hab ich wirklich 10 Pfeil in mir drinstecken? Aua. Du hast halt gerne Dinge in dir drinstecken. Ne, aber guck mal, wie schnell ich hier einfach mal so einen Boden aufziehe, das ist wie im echten Leben, wenn ich an... in meinem Haushalt anpacke. Und, ne? Psch. Hm. Genau so ein guter Handwerker. Was? Also Lautstärke geht jetzt okay? Ja, also bei mir auf jeden Fall. Oder Elfsche? Mit Holz den Dreck wegmachen. Ja, so mache ich das auch immer bei mir in der Küche. Ich nehme mal so den Besenstiel und kratze damit auf den Boden um und dann wundere ich immer, dass es nicht sauberer wird. Und dann saufe ich einen, setze ich mich an den Tisch und trinke einen Wein. Weil ich mit meinem Besenstiel den Boden nicht sauberer kriege. Was lachst du? Das klingt fast so, als würdest du mir das glauben. Natürlich. Na, wie hast du denn jetzt schon hier Fenster hingekriegt? Aus was? Glas schmelzen. Äh, Sand schmelzen. Glas zu Sand schmelzen. Mit Glas erschmelzen. Mhm. Ich bin lieb, oder? Ist das hier um unser Ding herum Dioridia, ne? Stimmt. Das, was ich so an den Ecken gesetzt habe. Wirst besser verstanden, ja. 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 Das ist eine gute Sache hier mit dem Brett. Da kann ich jetzt hier noch eine Ecke draufsetzen hier. Ne? Ne? Ne, ich hab nur gerade von abgerutscht. Dann muss ich kurz jammern. Bist du? Du überkennt mich doch. Bei ihr muss alles hoch sein. Ja? Aber mir ist doch vieles zu hoch. Ist doch nicht hoch. Wie viel von diesem dunklen Holz hast du noch? Nichts. Jetzt hätte ich es weitergemacht. Richtig. Fichte. Das sind die Tannen. Froh, dass ich noch halbwegs. Hier kam mir noch so viel Erde. Ja? Ja. Wollen wir damit machen? Nichts. Soll ich auf die andere Seite auch noch Fenster machen? Joa, ist doch schöner. Das ist alles mit einer Scheibe Fleisch abgebaut. Das ist zu, aber noch nicht. Warum? Hä? Warum eine Scheibe Fleisch? Ne, damit hab ich vorhin abgebaut. Zwei Pfeile du in dir hast, Jan. Bist du Yoda oder was? Ja. Und wie steht's um dein Essen? Naja. Äpfel. Immer. Danke. Du isst ja wie ich. Du isst ja wie ich in der Realität esse. Zu allen Seiten fliegen dicke Krümeln weg. Ja, als wir auf dem Hotel waren oder so, da hat mein Zimmernachbar sich gewundert, wie kann der Milchbrötchen krümeln? Er sagte, das ist weich. Wie kannst du den ganzen Boden mit Milchbrötchen voll krümeln? Ich sag, ich hab das da hingelegt. Und morgen hatte ich keinen Hunger mehr. Und dann kam ich heute Abend wieder ins Zimmer und lag das Brötchen noch und dann war es aber schon haarsteinhart. Da kann ich nix für. Da kann die Natur ja mal dran arbeiten. Das ist einfach feuchtbar. Da hätten sie einfach mehr, äh, ja. Mono und die Glyceride von Speisefettsäuren reinknallen sollen in die Backmischung. Okay. Wie viele Leute seid ihr eigentlich auf dem Server? Wir beide nur. Mhm. Wir wollten ja eigentlich nur stinknormal Multiplayer machen. Also in Multiplayer gehen, aber das bietet Minecraft ja nicht an. Ich hatte, bei mir lief der Server gar nicht. Das musste Mario machen. Komm zu mir auf den Realm. Ja, ja, ja. Nachfüllen. Und was hast du dir da angelegt? Wo? Ach nö, ich frag, das war die Frage an mir. Die sich da ans Server zusammen gefummelt hat. Oh so. Stimmt, Schaufel ist sinnvoller bei sowas. Ja. Ich will mir hier mal, wenn es eh schon Nacht ist. Dann müssen wir nicht viel anderes draußen machen können. Bisschen graben. Das Loch können wir dann wieder auffüllen. Ja, oder wir haben halt einen Keller. Minenzugang direkt quasi im Haus. Gar nicht schlecht. So lange wir alles immer schön mit Fackeln ausleuchten, damit nicht irgendwelche Zombies unterm Haus bauen und die die ganze Zeit... Naja, dann würde ich mich wieder fühlen, als wäre ich in Ueckendorf zu Hause. Kohle ist ja schön und gut, aber wir hören es mal mit was anderem. Das ist ja einer der Minecraft-eigenen Rams für 10 Personen. Ach so. Wurde erst vor ein paar Tagen gestartet. Ach so. Vielleicht sollte ich da mal tiefer graben. Wenn ich mehr als Kohle will. Ist ja informativ hier. Mach ruhig weiter. Ich hab dir doch zugestimmt. Was machst du denn? Oh, da ist eine Höhle. Jetzt stürzt wohl deine... Oh, aber was ist denn los, du kleines flauschiges Stubb? Willst du auf den Schoß? Ja? So, ich werde mal kurz mein jetzt schon seit 18 Uhr hier stehendes Bier durch ein kaltes austauschen. Weil das ist jetzt schon nur noch Laub. Hast du nicht schon genug gesoffen, du Loch? Das ist ein Malzbier. Ich loch dich gleich, du. Gleich loch ich dich. Ich bin der Löchner von Löchner Damm. Genau. Bis gleich. Boah, also diese Monster halten auch teilweise deftig was aus, ne? Puh. Ich mach mal schnell ne Tür für ihr. Oh, oh. Da bin ich wieder. Ich hab mich schon vermisst, alle. Weiß ich ja. So weitest du landest, du im Wasser? Ja, extrem. Ja, ich meine, mich kann man ja auch nur vermissen. So weit man die Augen zumacht, schon das Blinzeln sorgt für Vermissungserscheinungen. Huch. Wie laut. Boah, es ist laut. Vielen Dank für dein Follow mir. Du hast mich eben auch schon vermisst. Ist ja klar. Verstehe ich aber auch. Wie gesagt, alleine schon, wenn man blinzelt. Dann hat man mich so lange schon nicht gesehen, durch das Blinzeln. Dass man mich schon sofort vermisst. Ist ja klar. Ja. Was denn? Haben wir jetzt genug. Genug was? Ja, ich kann schon mal sagen, wenn es wieder Tag wird, weiß ich sicher nicht. Klar, ich muss eh nochmal rauf, weil meine Spitzhacke am Arsch ist. Jetzt ist er im Arsch. Ich geh mal eben hoch. Es ist tatsächlich wieder Tag. Also, beziehungsweise es wird gerade, es dämmert gerade. Witzig, wie die Musik wieder anging. Wie war das? Eine Spitzhacke fehlt mir gerade. Greetings, Mann, ist das auch gehört? Nö. Es kann doch nicht sein, dass es hier nirgendwo Eisen gibt oder so. Bin ich verrückt. Sicher, dass das nicht irgendwie so eins dieser Granit oder was weiß ich ist? Puh. Das weiß ich nicht. Ich warte hier noch verrückt. Oh, da ist ein Troll. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich hier Dinge erstelle. Äh. Ich höre hier auch dauernd Dinge, aber... Ja, Fledermäuse. Wahrscheinlich darf es sich das nicht mit Brettern machen, ne? Sondern mit richtigem Holz. Was ist denn hier los? Eigentlich jammer. Was ist denn? Uff, Mini-Zombie. Noch einer. Aua. Aua, Aua, Aua. Aua, Aua. Geht so ein bisschen aus. Alter, was soll denn der Scheiß hier? Was sind das für Mini-Zombies, die man nicht besiegen kann? Jetzt bin ich schon wieder tot. Erstmal gleich Prost, meine Lieben. Ach. Also vor der Haustür sind zwei Mini-Zombies, die ich... Die sind OP, wenn man keine Rüstung hat. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Schön, dass die einfach so früh schon da sind. Ach. Hm. Ich habe sie jedenfalls... Ich bin mal wieder verreckt. Dadurch muss ich aber auch nicht essen. Sehr schön. Und wenn du nicht mit Linksklick spams, sondern... Springen und dann Linksklick... Weiß ich nicht. ...dann macht man ein bisschen mehr Schaden, beziehungsweise... Oh, oh. Und beim Springen macht man auch noch ein bisschen mehr Schaden. Uh, die haben mich auch gerade fast zerlegt. Ist gerade so überlebt. Guck mal, dein Zeug wird dann nicht hohe, ja? Mhm. So, jetzt weiß ich, ich hau mal alles in die Droge hier. Da war... Was? Da war ein Schwein. Ja, manchmal sind ja auch Schweinchen. Das ist richtig. Schweine, Kühe. Du musst die Schläge aufladen. Pff, das war... So was ging? Wusste ich gar nicht mehr. Darfst die Schläge nicht so spammen. Das weiß ich überhaupt... Also, das habe ich... Weiß ich gar nicht. Wie kann man... Hast du wieder eine Macke? Manchmal? Das Aufladen heißt auch nur, dass ich nicht die ganze Zeit Linksklick spam, oder? Mhm. Das heißt nicht, dass ich irgendwie was gedrückt halten muss, um einen Schlag aufzuladen. Was meinst du, Minecraft oder das vom... Ich glaube, ich... Ich habe die Fähigkeit zu lachen jetzt verloren. Lachen? Was ist denn, willst du lachen? Weil... Weil gewitzelt wurde im Chat. Weil die Fähigkeit zum Lachen ist mir jetzt abhandengekommen, weil ich gerade so eine schwere Depression durchmachen muss, wegen des nochmal Todes hier eben ist. Hä? Wer hat denn Witze gemacht? Gott. Ja, ich meine, ich habe ja alles schon auf einfach, aber... Die Monster sind schon ein bisschen Hardcore. Tja, das ist halt zu schwer. Kann ja nicht jeder so... Ich habe gefunden... Oh, wir scheißen... Geh mal wieder hoch. Sehr gut. Und mit dem... Endlich. Gib mir das Eisenherz. Wie schnell hält sich hier? Ich bin hier. Ich dachte, ich komme beim Haus wieder raus. Das ist hier lang. Ich sehe dich. Irgendwo. Ah, da ist zumindest das Haus. Hallo. Ach da. Ach ja, das ist so ein Spiel. Steigere dich nicht so rein, du. Ich nehme immer alles ernst. Es gibt da bei mir keine Grenze oder so, dass ich bestimmte Dinge nicht ernst nehme. Alles, mit dem ich mich in meinem Leben befasse, nehme ich ernst. Du musst ja ein Spaß auf Partys sein, oder wie wäre das? Ja. Du, 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 du. Ein Eisenbarren. Hat den Fortschritt. Du nur, hm. Sehe ich da gerade. Metallurgie erreicht. Ah, Metallurgie. Okay. War verdeckt. Außer Körperhygiene. Doch. Sogar sehr. Ja, es gab mal Zeiten. Ich habe jetzt einen Flammenstab. Da konnte ich gar nicht aus dem Haus. Weil ich mich nicht schick genug fand und so. Meine Pubertät. Da habe ich mich überhaupt nicht vor die Tür getraut. Hat sie noch jung und unerfahren war. Heute bin ich nur noch und. Wenn man stirbt, lässt man alle Gegenstände fallen. Ja, die fliegen dann so rum. Die hat, äh, der Mario ja gerade eingesammelt draus. Ich habe jetzt einen Feuerstab. Damit kann ich Feuer machen, aber hoffentlich nicht das Haus anziehen. Okay. Nee, nur Monster. Woraus hast du den gemacht? Also quasi so das Feuerzeug aus Minecraft wird hier als Flammenstab oder so dargestellt. Gott, ich hasse diese Skelette. Und heute ist dir egal, weil bringt eh nichts, oder? Ach. Ja, also es ist mir fast egal. Brenne. Also ich kann halt auch aus dem Bett gefallen an die Tür gehen, wenn es klingelt. Sowas war früher unmöglich. Da brauchte ich eine Stunde Badezahn, bis ich überhaupt eine Etage runtergegangen bin. Wieso lebt es noch? Was? Es hat mich erschossen, nachdem es tot war. Okay. Okay. Räuft's. Ähm. Irgendwas? Ich höre hier so ein Brenngeräusch. Ich bin sicher. Also die du trägst. Ah, okay. Genau, die liegen dann so rum. Ähm, wie gesagt, also Korbi, ich bin da mittlerweile einfach ein bisschen entspannter. Ich, 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 wenn ich jetzt irgendwo hingehe, dann sehe ich natürlich nicht aus wie so ein Schwein. Aber, ähm, das weiß ich, alle paar Tage rasiere ich mich halt und, äh, bevor ich irgendwie rausgehe oder mal eben in den Stream hopse, käme ich einmal die Haare und, äh, oder setze eine Mütze drüber. Und ansonsten hat man halt normale Körperhygiene, ne? Also, morgens, mittags, abends quasi. Weiß ich nicht. Macht ja mir dann nicht mal so Stress wie früher. Guck dir meine Fotos von früher an. Sehe ich überall aus wie so ein Motto-Katalog-Modell. Überhaupt keine Textur mehr im Gesicht, weil das zugekleistert. Das ist aber auch so ein Kontroll-Ding, ne? Leute, die sich da so extrem hinter so einer Fassade verstecken, die versuchen Kontrolle zu erlangen durch sich selbst. So nach dem Motto, ich hab Kontrolle über meinen eigenen Körper. Und da kann ich dann auslageren. Ich hab so nach dem Motto das Gefühl, keine Kontrolle übers Leben zu haben, wird quasi dadurch kompensiert. beziehungsweise, äh, gekopt, indem man halt versucht, extreme Kontrolle über seinen Körper zu erlangen. Das machen viele Jugendliche. Was denn? Ich hab grad irgendwas gesagt. Oh nein, meine Axt ist da runtergefallen. Und da will ich eigentlich gerade nicht runter, wenn sich das vermeiden lässt. Aber ich hab einen Bogen gefunden. Oh, wo kommt das jetzt her? Zielübung. Hilfe. Was machst du denn da unten? Versuch. Überleben. Zu überleben. Dinge zu holen, die wir brauchen. Also, Eisen macht sich bis jetzt echt wahr. Mhm. Das ist aber auch eine Glückssache, ne? Und biomeabhängig auch noch. Ich kann mich nicht so ausmitteln. Ich hab nur in Erinnerung, dass Eisen extrem häufig war eigentlich. Später, wenn man schon so ein bisschen Tiefe erreicht hat, ne? Mach ich immer die Ecke. Ganz, damit er nicht so abgehackt aussieht. Na toll. Ich fang. Wirst du mal Eisenschwerter machen. Möchtest du auch eins? Ja, natürlich. Gerne. Äh, mich mal nicht so schnell verrecke. Weißt du, ich fang an mit Dacharbeiten und dann fängt es an zu regnen und es wird dunkel. Toll. Was war das für ein Geräusch? Irgendwo ist wieder irgendwas erschienen oder so. Ein Endermann ist im Haus. Okay, wir machen das Haus nicht mehr drei Blöcke groß. What? Wir können Endermänner rein teleportieren. Ja. Aber es passiert auch selten, oder nicht? Oh, danke. Ah, sieht schick aus. Was ist so ein Geräusch hier? Ja, der Endermann. Ist noch in der Nähe, ne? Pass auf, der kann ja rein teleportieren. Also mach dir keine Sorgen. Nein, überhaupt nicht. Mach ich nochmal Pfeile, Feder, Feder, Stöckchen und... Hab ich was verpasst? Ja, Mia, ich hab eben kurz den Enderdragon besiegt. Mit einem dreifachen Salto natürlich. Aber... Wer ist böse? Ja. Soll man die Klappe halten hier? Ich verstehe immer Apfelmost. Der hat Durst, hat er. Er ist jung. Wie vollmost. Er hat ein Versteck. Dachte eher wegen der Körperhygiene. Er hasst mich. Warum? Warum? Nein, gar nicht. Nein. Du schaffst das, Schakka, also die Depression, das mit den Mini-Zombies, weiß ich nicht. Okay. Was machst du denn da? Das ist easy. Warum machst du Kies auf eine Fackel? Damit es gleich wieder zerstört wird. Ich hoffe, dass ich da Feuersteine rauskriege. Intelligenz. So viele Tricks wusste ich gar nicht. Das ist einmal die Tricks, das man nicht so machen konnte. Ähm. Also, was, äh, das Ausrufezeichen voll ist. Sowas wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass ich warten muss, bis ein Ausrufezeichen voll ist. Ähm. Ich hab da gar kein Ausrufezeichen. Achso, das ist das, was da, was da, beim Kreuz, dieses Schwert, was ich da so hochdingst, oder wie? Schlägeraufladen, das wusste ich noch gar nicht. Ist das neu? Was? Nur mit dem Schlägeraufladen, das wusste ich halt noch gar nicht. Und das mit der Depression, ja, da bin ich ja gewohnt, mein halbes Leben ist eine Depression. Ähm. Wenn du links klick machst, siehst du ja so ein Schwert, das du aufnehmen hast. Äh, ne? Äh. Und die Körperhygiene, wie gesagt, äh, ich hab früher halt übertrieben. Ansonsten bin ich mittlerweile aber nur noch wie jeder andere Mensch, wenn ich aufwache, wasche ich mein Gesicht und putze die Zähne und, äh, keine Ahnung, alle ein bis zwei Tage wird halt geduscht und, ähm, ansonsten rasiere ich mich alle paar Tage und, ja, wie gesagt, Haare kämmen oder Mütze drauf, wenn man rausgeht oder, oder streamt und that's it. Normale Körperhygiene, aber als Kindchen hab ich das alles ein bisschen sehr ernst genommen. Ja. Ja, Steine. Duftig. Ah, ja. Oh, was? Ich hab'n Pfeil direkt im Gesicht. Ist ja schön. Schwinde. Enter. Kack. Fratze. Zerstört. Du hast einen Enderman besiegt. Du hast einen Enderman besiegt. Ja? Ja. Das mit dem aufgeladenen Schlägen ist doch relativ neu. Ich meine, mittlerweile gibt's Füchse und Pillager. Füchse find ich sehr süß. Muss ich ja auch schon allein aus dem Grund, weil ich selber einer bin, ist ja klar. Ich meine, wir brauchen zwar absolut keine Kohle gerade, aber hier ist so viel Kohle, die muss ich einfach abbauen. Diese Geräusche nachts, ne? Wie im Horrorfilm. mehr Eisen. Na, ich bin eher der Fuchs. Oh, halt, warte, du meinst wie ein Kizuno. Upsi. Ja, das ist richtig. Ja. 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 Mehr Eisen. Okay, also wie gesagt, wenn das neu ist mit den Schlägen, ich hab seit Jahren nicht gespielt. Ah. Zombie kommt auf einmal von hinten. Äh, ich meine, Bogenschützenkack. Das dürfen die aber nicht. Oh, du Scheiße. So knapp. Das erlaub ich auch gar nicht. Junge, das Spiel ist so schwer. Das von dem, weißt du, dass sonst immer nix schwer genug haben kann. Jetzt gar nicht so schwer in Erinnerung. Aber normal regeneriert man doch auch extrem schnell wieder HP oder nicht. vielleicht legt es an den Packs oder so. Apfel. Hühnchen. Hey. Ich... Mh. Na du. Süßiges. Mehr essen. Nam 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 nam. Ja, Minenarbeit ist anstrengend, ne? Villenhunger. Schon. Füchse haben eh Stil. Die haben Stulken. Ne? Boah, wie lange es Nacht ist. Das ist unglaublich. Wie ist das immer? Zwölf Minuten, oder? Jeweils. So ist es nicht. Glaube. Feder, Stock, Feuerstein. Ja, Feiler. Okay, gut. Da, da, da. Ich bin immer noch nicht voll mit Leben. Ich habe so viel reingestopft in mein Gesicht. Stopft der auch gleich was ins Gesicht. Also ein Muffin zum Beispiel. Was denn? Da waren Creeper und ein Skelett und das Skelett hat hinten auf den Creeper geschossen. Woraufhin der Creeper hochgegangen ist und das Skelett und den Creeper mitgenommen haben. Also quasi Teamkill. Ich wollte es gerade sagen. Es ist wahrscheinlich schon wieder hell, aber es bringt nichts, weil keine Sonne scheint, ne? Oh, eine Spinne. Ich bin erschreckt. Komm her. Ich habe die Spinne besiegt. Ich bin auch nur halb dabei gestorben. Ja. Geht mir ähnlich. Es ist halt auch, dadurch, dass es halt Regen ist, ne? Kann man halt nichts machen. Weil die Viecher nicht verbrennen. Gefühlt regnet es. Ja, ich werde auch, keine Ahnung, gar nicht ein Buch lesen, solange bis das Spiel mal sowohl Tag als auch Sonne hat. Ich traue mich ja nirgendwo mehr hin hier. Vielleicht, wenn man das Spiel auf einfach stellt, denkt sich das, dann mache ich es absichtlich. Da sind auch kleine Zombies draußen, Creeper. Ah! Nein! 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 Das war ein bisschen laut, ne? Oh, ich habe mich so erschreckt. Ich hoffe, meine Nachbarn haben nichts gehört. Dass du da was beim Minecraft-Spiel hast. Prost, meine Lieben. Oh, nee. Tut mir leid für deine Kopfhörer-Geschichte da gerade. Elfsche, ich bin gerade mega verkrampft hier. Ich wollte gerade gucken. Dabei bin ich auf den Creeper draufgesprungen. Und habe dann Ducken statt Laufen angewählt. Und dann kam ich natürlich nicht vom Fleck. Und dabei bin ich dann halt ein bisschen verkrampft. Auch mit meiner Stimme. Erst wenn du linke Shift-Taste gedrückt hast, dann kannst du nicht von Blöcken runterfallen, außer du wirst angeschlagen dabei oder so. Ich bin jetzt eh langsam angeschlagen hier. Wenn ich hier fertig bin, muss ich irgendwie, keine Ahnung, Valium nehmen. Nachher ins Bett gehen will. Hm, alles zu schwer hier. Ich kann keine zwei Meter fallen, ohne halb tot zu sein. Tachchen, Pixe-Babau. Nico, geht. Bin nun taub. Runterhüpfen kennst du doch schon. Ach, ich habe auch bald keinen Bock mehr. Dann gehe ich Diablo spielen oder so. Freck, ich will jetzt nicht mit jedem scheiß Gegner, den ich habe. Ach, ist das traurig. Kannst du auch auf Creative stellen oder so. Ja, dann brauchen wir eigentlich gar nichts mehr machen, weil dann kann man ja, hat man ja alles. Weiß nicht. Oder peaceful, sagen wir mal. Ja, aber dann weiß ich nicht. Also ich will ja nicht, dass alles weg ist, was das Spiel ausmacht. Ich will ja nur, dass man eine reelle Chance hat. Und die hat man nicht. Nicht am Anfang. Normalerweise soll ein Spiel am Anfang einfach sein und später schwerer werden. Dieses Spiel ist am Anfang nicht zu schaffen und wird dann später Pille-Balle. Das finde ich ist überhaupt ganz schlecht gepacet. Da hinten ist das okay. Aber das kriegt ja nicht jeder Pacing für Spiele so gut hin wie ich. Oh, Nico, Fuchs wieder unzufrieden und unfähig. Nö, das Spiel ist halt einfach nur nicht vernünftig gepacet. Jetzt ist es auch peaceful. Jetzt sind keine Monster mehr. Auch fad. Und jetzt hat man halt überhaupt keine Kämpfe mehr. Ich weiß auch nicht. Ich mache es nur drauf eins. Wie cool ist das? Too easy. Was ist schon vorher? Tja, easy sehe ich anders. Ja, ich auch. Brauche ich erstmal wieder eine halbe Stunde, bis ich wieder in der normalen Mood bin. Ich habe doch schon dein Loch wieder repariert. Trotzdem. Mein emotionales Loch ist jetzt erstmal für eine halbe Stunde da. Tachchen. Na? Talrascha ist mal da. Du seltenes Stück. Ja, ist viel zu schwer. Die blöde Scheiße hier. Jetzt bin ich schon wieder überhaupt total unkonzentriert und weiß überhaupt nicht mehr, wo ich war, was ich machen wollte und so, weil ich jetzt schon wieder zu aufgeregt bin. Du hast noch irgendwas am Bauen oder so? Ja, ich habe zu wenig Holz gehabt, aber man kann hier ja nichts machen. Weil ich rausgeguckt habe und wegen dem verfickten Regen alles voll war mit Viechern. Kleine Zombies, große Zombies, Spinne, Creeper und ich fall dem direkt aufs Dach. Kannst ja nichts machen. Ist ja nur Regen oder Nacht. Kannst du das Wetter ausstellen, mir liebstens. Es ist halt alles, es fühlt sich immer so an, als würde man einfach das Spiel dann nicht mehr spielen. Aber es kann doch nicht sein, dass das Spiel, wenn man es so spielt, wie es gedacht ist, nicht schaffen kann. Ah. Aber jetzt bin ich eh erstmal sauer. Das ist ja auch alles egal. Überraschenderweise ist Seltenheit etwas Besonderes. Verstehe ich jetzt nicht. Oh, das Regen hört auf gerade. Ich habe mal kurz das Wetter auf Nicht-Regen angestellt. Okay. Wetten, es dauert zwei Minuten, dann regnet es wieder. Wäre witzig. Stimmt. Oh, wie mich das jetzt aus allem rausgerissen hat eben hier. Nein. Also wäre morgen Schwule, müsste ich jetzt zu Hause bleiben, ne? Hat die Welt noch Glück gehabt? Was morgen keine ist. Nur vernünftige Menschen wie ich verstehen das. Ich hole da gleich eine rein. Ist ja nicht da. Mal vorbeikommen. Dein Erziehungsauftrag mal nachkommen hier. Ich hole trotzdem gleich einer rein. Ich muss mal dem Erziehungsauftrag nachkommen. Was trinkt ein Weinchen? Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit. Gerade, wenn ich mich aufrege. Noch einen. Ich bäbber dir gleich. Blü, 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 blü. Oh, dieser Frust. Der den ganzen Körper paralysiert. Ich bin sehr... Ich habe den richtigen Server an. Hä? Kannst du denn den falschen Server anhaben? Keine Ahnung. Ich finde hier... Ich habe jetzt gerade zweimal Eisen gefunden, aber noch keinen Kupfer oder so. Ist komisch. Und noch keine Gummibäume. Ne, warte. Das muss ja so sein. Ich habe ja vorhin einen Baumzapf-Dingsbäum für Gummibäume gebaut. Also das muss ja wohl an sein. Was? Eigentlich ist es verdammt einfach am Anfang. Aber Mia, du siehst doch, dass es das nicht ist. Diablo ist wesentlich anspruchsvoller. Es kommt auf den Teil an. Der dritte nicht. Trink ein Weinchen. Soll helfen, habe ich gehört. Mach ich doch schon. Ja, also ich finde, das ist sehr sympathisch und ein klitzekleines bisschen lustig. Was denn? Was ich verrecke? Hm? Komplett agro-Würste oder so. Das schaffen auch nur Computerspiele tatsächlich. Im echten Leben vergeblich wird man nicht erreichen, dass ich mich emotional so... Dass ich platze. Also ein emotionales Platzen wird man von mir im echten Leben nicht mitbekommen. Es gibt nur... Also nur Computerspiele erreichen diesen Frustrationslevel bei mir. Und... Nicht nur Computerspiele, sondern auch allgemein, wenn ein Computer nicht funktioniert. Dann nehme ich dann auch gerne mal eins meiner Lab-Schwerter hier. Also die mit dem Fieberglaskern und dem Schaumstoff drumherum verprügeln. Sitzsack oder sowas. Aber das schafft echt nur Technik, die nicht funktioniert. Weil wenn ein Spiel... Wenn ich im Spiel verrecke, ist das für mich ja auch Technik, die nicht funktioniert. Ein Spiel funktioniert ja nur so lange, wie ich gewinne. Ist ja klar. Wenn ich verliere, ist das eine Fehlfunktion vom Spiel. Das ist ja selbstverständlich. Aber es kann ja nicht jeder so gut programmieren wie ich, dass man nur gewinnt. Das ist ja verständlich. Du hast mir nicht zufällig noch ein bisschen Holz. Ja, das baue ich gerade ab. Weil... Es fehlt. Wie macht man eigentlich Fackeln? Ein Stock und dann drauf... Kohle. Stock. Das macht man, indem man zwei Holzplanken übereinander setzt. Ah. Da siehst du mal, diese Rezepte bin ich gar nicht mehr drin. Also wenn es gleich dunkel wird, packe ich... äh... das Stein ist gerade putt. Ich komme mal zurück. Ja, meine auch. Deswegen habe ich immer noch aus Eisen gemacht. U, geh mal weg. Ich muss erstmal wieder nach Hause finden. Aber ich glaube, die putze ich gar nicht. Oh Gott, wo bin ich? Auf Diamanten. Scheiße. Ich bin gar nicht, wo ich bin. Oder so... Blende abgebaut habe überall. Kann man nicht irgendwie Koordinaten einblenden lassen? Ja, das ist halt immer das Doofe. Das ist das, wo ich mit der Minimap... Guck mal F3. Ach du Scheiße. Stehen da nicht irgendwo die Koordinaten? Ich finde es... Ja, ist alles voll dann mit Daten, aber... Die Koordinaten. Oh, wenn ich jetzt wieder verrecke gleich. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja, da ist ein leuchtendes Loch. Das muss von dir sein. Ach ja, komm hier wieder. Halbes Bein gebrochen beim Runterspringen. Ja, jetzt bin ich in einem leuchtenden Loch. Schon mal gutes Zeichen. Das muss ich nochmal finden. Ich glaube, hier war das dann, dass ich neben dem Haus wieder rauskomme. Äh, nein. Doch. Nur anderes Loch. Los, weg vor den Viechern. Gut. Ne. Also. D3, F2, X, Y, Z, X-Achse, Z steht für die Höhe, Y. Ja, okay. Du meinst natürlich Diablo 3 mit D3. Dass du dich aufregst und dass du dich so schwer mit dem Anfang verträgst. Ja, ist ja auch sauschwer. Alles tötet einen gleich. Das ist doch nicht einfach, du Stück. Ja, du kommst halt nicht mit seiner Unfähigkeit klar. Ich komme nicht mit der Unfähigkeit der Game-Designer klar. Ja, so ist das natürlich nur. Fuchs ist heute unentspannt. Oh ja. Nico. Vier Stunden lang waren wir hier vorher am, 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 am versuchen. Zweieinhalb Stunden lang habe ich versucht, hier Probleme zu fixen. Danach war ich anderthalb Stunden nur am machen, was Mario sagt. Und mich aufregen, dass nicht so alles läuft, wie es soll. Glaubt mal. Da ist mein, mein Vorrat schon so ein bisschen belastet. Leer für Döns. Ihr wisst, was ich meine. Ich packe mal ein bisschen Holz auch gleich in die Truhe. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ja, ich wollte ja hier ran, genau. Ja, man macht nichts kaputt, wenn du das nächste Mal ausrastest. Das kann passieren, aber es liegt ja nicht an mir. Neue Rezepte verfügbar. Sehr schön. Äh. Rauche. Mal da rauf. Mal da rauf. Mal da rauf. ich weiß echt nicht ob das funktioniert hat mit der weltgeneration was sollte denn da schief laufen bei d3 nur vertippt hat es die welt generiert ohne die mod hat aber wie soll das gehen das wäre fies vom spiel das ist das was ich mal mit minecraft meine dass das hat viel zu muss man viel zu viele kleinigkeiten achten und so das geht doch nicht macht doch keiner also ich schließe es nicht aus ja was passiert sein können emily guten abend was minecraft fenster ja das ist eher marius mit hier ich baue lieber fackeln aber ich komme nicht groß voran mir immer noch so ein bisschen im rage mode von daher muss ich mich erst mal wieder ein bisschen abdampfen ja das würde mich auch anpissen ja nico dinge müssen halt funktionieren hat kann ja nicht sein dass sich der spieler quasi noch ums halbe programmieren kümmern muss wenn man zusammenspielen will man kauft das produkt aber wenn man zusammenspielen will dann muss man quasi auch ein programmierer werden damit das funktioniert im server und alles geht doch nicht genau nico genau das ist bei mir auch bei mir muss alles sofort funktionieren sonst kloppe ich alles in der ecke genau so ist das bei mir eins zu eins da kann ich dir direkt die hand durch die kamera reichen so müssen spiele funktionieren ich habe gerne wissen ob das an der welt liegt ja aber das wird ja nirgendwo angezeigt muss ja selber programmierer sein quasi spiel schenkt er ja keine information ist ja nicht so lieb aber ich weiß natürlich denkt du würdest ausrasten wenn wir noch mal ja ich würde wahrscheinlich halt sagen jo das war dann ein schönes kurz projekt würde ich dann wohl sagen wenn das tatsächlich der fall ist wenn ich uns die gegenstände die wir jetzt haben noch mal spawnen ich weiß nicht aber ich wüsste auch nicht wie man das rausfinden sollte ob jetzt das tatsächlich die bots nicht geladen wurden auf dem server wüsste nicht wie man das ausprobieren sollte wo man die info herkriegt kriegt man die info denn her also wie gesagt nico das ist auch ein grund alleine hätte ich das niemals gemacht sowas hier aufsetzen oder so ein kram ist mir zu doof weil mir die app nichts abnimmt man alles selber finden muss und generieren muss und überhaupt hab halt bis jetzt noch kein einziges noch absolut nix aus dem mod gefunden an ärzen und so ja ich auch nicht schnell verpissen ich drücke mal die falschen tasten normalerweise ist crouchen und und sprinten bei den meisten spielen mich genau andersrum als hier also du würdest nicht noch mal spielen wollen das ist doch blöde und jetzt alles wieder verliert was man sich ja hat sich schon tausend blöde wenn ich mich so ewig drum kümmert dass die mod ja ja dann gucke mal wo du raus doch nicht auf dem server guck du erst mal ob du das rausfinden kannst ob die da drauf sind aber sowas pflegeintensives wie ein minecraft server gedöns würde ich auch als projekt nie wieder anfangen das scheinbar ja das weiß ich ja wahrscheinlich müsste man tatsächlich erstmal noch mal einen neuen aufsetzen und dann halt vergleichen was man da findet ne anders wäre das nicht möglich komm herzsami ich brauche jemanden der mich verprügeln kann aber was ist das denn steht da jemand hinter der ecke keine ahnung ich gehe mal lieber wieder rein schon wieder regen von daher kann ich ja nicht draußen sein wenn regen ist oder nacht ist also ich darf in 80 prozent der fände nicht draußen sein ach genau bauer bau mal aus prinzip falsch rum spiel macht das mal ich kann auch nicht von dahinten aber es geht doch jetzt gerade nicht so wieder regen auch spiel macht mir doch nicht so schwer oder kann man die mods nachträglich nehmen kann man ja nicht mehr die gegenstände fehlen haben dann ja kann man was ich wollte gerade sagen kannst du die mods nicht nachträglich irgendwie reinladen aber es geht ja nicht weil die welt ist ja schon generiert da fehlen dann ja die gegenstände für die man für die mod braucht also zum beispiel so dass die ärzte und so in der welt existieren ja ja sowas halt man könnte ja alles bauen hier aber es gibt halt nix womit man das bauen könnte ja ja genau das meinte ich mit welcher taste war das noch mal dass ich nicht über den rand falle schrift also du druckst dich dann leicht du gehst leicht nach unten dann das ist das was ich mit sprinten verwechseln stimmt ja zum sprinten musst du zweimal wieder zum auch jetzt wie ist das alles anstrengend im leben meine lieben bemitleidet mich bitte sicher noch nie jemand die handballen ablage von der maus runter gefallen nie hat keiner so schwer wie musste ich mich nach der handballen ablage bücken ich habe schon schwer mitleid nein aber ich fieber mit ja mach das mal jetzt ist ja schon wieder tag was ist denn hier mit dem wetter eigentlich los klimawandel oder was wie eigentlich nach der nirungslos klimasanziviert bei jeder nicht nicht ganz ernst nicht es gehört nichts ist es Milk es ist evo Ich hab mich da so blöde anguckt, das Viech. Ach, und hier darf man nicht weiter. Wieder alle verbraucht, das kann doch nicht gehen so schnell. Naja, komm, voll Stack hier. Ta-da. Die klingen alle sehr gesund. Ich glaub, ich muss mich aussperren, sonst krieg ich das hier nicht fertig. Geht nur so. Ha. Jetzt ist hier aber sehr dunkel drin, das ist sehr gefährlich. Licht. Was denn? Ja, du brauchst immer weiter. So. Ja, das macht man in Minecraft doch so, oder nicht? Mach ich mal ne neue Welt? Ja, dann musst du das hier, den Server speichern und dann mal ne neue Welt anprobieren. Okay. Denk ich mal. Du kannst das hier doch auch speichern. Dann geh ich jetzt auch mal raus. Ja, ich muss einfach den Weltnamen ändern und den Server neu starten und anschauen. Tja, dann mal gucken. Was ist jetzt passiert? Hallo Katze, kannst du da bitte weggehen? Bei mir, auf dem Realm gibt's ja auch nicht die Mods, die wir uns ausgesucht haben. Meine Oma hat früher immer gesagt, als ich gesagt habe, früher habe ich zu Oma immer gesagt, lass lass uns doch mal ne Katze holen, dann hat sie gesagt, ne, das Viechzeug kommt mir nicht ins Haus, es geht mir so auf den Keks, da wird die immer überall drauf springen, wenn ich irgendwo bin, die würde ich am liebsten mit der Luftpistole wo runterholen, wenn ich sie auf den Möbeln sehe. Oma war da immer relativ griffig eingestellt und hat Oma irgendwann nochmal erzählt, wenn ich ne Wohnung hätte, wo Katzen rumlaufen würden, da würde ich überall kleine Spieße hin machen, wie am Bahnhof, dass die Tauben da nicht drauf landen. So, Gaga ist hier. Und mein Onkel, der hat das tatsächlich immer gemacht, der hat sich mit dem Luftgewehr ans Fenster gestellt und hat immer bei den Katzen auf den Schwanz gezielt, wenn welche aufs Grundstück kamen. Und er gesagt hat, die scheißen mir hier nicht aufs Grundstück. Deine Familie ist doch irgendwie ein bisschen durch den Wind. Ja gut, ist das jetzt was Neues? Aber der Anfang wäre schon mal leichter. Weißt du, Mia, wenn es zu blöde wird, dann kann man auch was anderes spielen. Deswegen, also ein bisschen rumprobieren kann man ja noch, aber ich will ja schon, dass das Spiel irgendwie noch so, ne? Es soll ja Herausforderungen geben, aber nicht so, dass auf einmal nichts mehr möglich ist. Und das Spiel mobbt einen doch, wenn ohne Rüstung alles schwer ist, wenn man für eine Rüstung nicht die Materialien findet und dauernd nur Nacht oder Regen ist, dass auch alles voller Viecher ist. Das ist doch Mobbing. Soll ich denn jetzt nochmal connecten? Warte, es startet gerade noch. Okay. Ich habe gerade erst den Server gestartet, weil ich Dinge veränderte. Oha, die arme Katze. Wir hatten ja, also Oma hatte nie eine Katze und mein Onkel auch nicht. Es ging dem nur um Nachbarskatzen, die dann da rumstreunten. Und dann habe ich als Kind immer eine Katze haben gewollt und so und meine Oma hat dann immer gesagt, das geht nicht und so. Wir haben keinen Bauernhof hier, die können auf dem Bauernhof im Stall rumlaufen und draußen rumlaufen, aber in der Bude haben die nichts zu suchen und die werfen hier noch alles um. Jetzt muss man es verbinden. Mal gucken. Aber ja, die arme Katze, wo mein Onkel auf den Schwanz geschossen hat, das tut sicher weh. Das ist richtig. Porzellansternchen. Deshalb, was ist das denn? Kann man das essen? Also das sind schon mal Dinge, die es vorher nicht gab. Ne? Zumindest habe ich keine gesehen. Stimmt. Mal dahinter zu dem Berg laufen. Das sieht ein bisschen so aus wie bei uns vorhin. Mhm. Sieht erstaunlich ähnlich aus wie vorhin. Ja, sieht schon anders aus. Trotz sind ja viele. Murlock. Süß. Die klingen so ein bisschen wie Mittagstisch bei Familie Köster. Ja, das klingt wie früher bei mir zu Hause am Mittagstisch. Räh, 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 räh. Genau so. Oh, hier ist er noch. Neue Rezepte. Große, weite Ebene mit viel Nichts und Steinen und so. Steine sind? Und Lava. Woher weiß ich jetzt, ob das funktioniert hat oder nicht? Naja, wir müssen uns wieder eine Basis bauen und einen Untergrund, ne? Um zu gucken, ob es dann im Untergrund irgendwann mal sowas gibt, was wir suchen. Ich laufe ja hier gerade die ganzen Steinwände ab, weil normal müsste das doch auch hier irgendwo. Ja, so eine Ader, ne? Ja. Also quasi irgendwas, das kein Kohle oder so ist. Ist er denn abgeblieben? Die Lava, ah, da hinten. Aber du hast das Gefühl, hier gibt es viel mehr Kohle als vorher. Oh, brauchen wir ja auch. Hm. Oh, das wird's wirklich funktioniert. Was furzt das rum? Mal am Rotterfeld. Mhm. Hupst da immer. Ich glaube, ich hab dir was gefunden. Ich weiß noch nicht, was das ist. Steht da ja, wenn du es abbaust. Ja, ich hab grad keine Spitzhäuser. Irgendwas blaues. Sieht ein bisschen aus wie Diamanten, aber ich weiß noch, ob es Diamanten sind. Nee, die liegen meist zu tief. Früher Gronkh hat mal zugeguckt bei Minecraft und ich verstehe immer nicht, wie ruhig der bleiben konnte, wenn er verreckt ist. Er hat sich so selten aufgeregt über die ganzen Jahre des LPs. Und meistens war es dann wegen irgendwelcher Trolle mal kurz. Dann gab es einfach nur ordentliche Standpauk und dann war wieder Ruhe. Irgendwie sitze ich hier ungemütlich. Irgendwelche Trolle? Was meinst du? Ach, wenn er bei ihm halt irgendwelche Leute im Chat halt irgendwie eklig waren. Ne? Irgendwas Ekliges gesagt haben oder so. Ich glaub, das sind Diamanten. Heftig. Weil das dauert so lange, die abzubauen mit einer Steinspitzhacke. Immerhin hast du schon mal eine. Die Frage ist halt nur, dann weiß ich ja schon wieder nicht, ob es funktioniert. Man braucht ja Watte. Man braucht ja Stock, ne? Für was? Alles. Ja. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich nichts hinkriege hier. Geht immer noch nicht. Ja, es hat geklappt. Hier ist Kupfer. Ich hab Kupfer gefunden. Und wie geht das alles nicht mit den Rezepten? Ja, ich hab Kupfer gefunden. Ja, ich krieg trotzdem nix hin. Aber was soll denn der Fick? Es geht doch so. Was willst du denn machen? Irgend... Ich will abbauen. Drück mal auf diesen Pfeil da. Oder auf das Rezeptbuch oder wie auch immer. Da ist nix drin, was ich will. Dabei muss auch immer ein Werkzeug sein. Ich hab keine Werkzeuge drin. Du musst zwei Stöcke übereinander und dann oben drei. Ach so, ich dachte, das ist schief. Naja. Das, was du gerade gemacht hast, sieht ein bisschen aus wie eine Angel. Aber... Ist das die Welt hier richtig, oder wie? Ja. Ja, dann will ich jetzt aber Reparationszahlung. Ja, die kriegst du gleich. Dann brauch ich 300 Holz. 100 Steinen, würde ich sagen. Das dürfte hinkommen. Und so einen halben Stack, bisschen Stack Eisen oder so. Das weiß ich nicht. Das hab ich nicht gebaut. Aber ich weiß, dass ich... Das hab ich zumindest abgebaut. ...dass ich um die 300 Holzstücke hatte, bestimmt schon. Und 100 Steine locker. Weil es ist ja schon schlimm, dass jetzt zwei Stunden weg sind, indem man gebaut hat. Ich schweige denn das ganze Sammeln. Das erschafft ja mittelschwere Depressionen. Okay, warte. Eine Sense gibt's hier auch. Eine Axt. Wo passt du denn? Weißt du, wo ich bin? Nö. Keine Ahnung. Du bist. Ich bin auch ganz überfordert hier mit dem Bauen. Das könnte ich nur brauchen. Sagt mir dann, ob's funktioniert. GIF. Gibt's so nackig. Liebe? Hat's geklappt? Ich habe nichts bekommen. Ich habe nichts bekommen. So. Oh. Jetzt habe ich 64, 64 Holz. Also zwei 64er. Ja, das sind diese Baumstämme. Also du kriegst ja jemals viermal davon. Oder? Brauchst du noch, warte. Ich würde noch ein Stack dunkles Holz geben. Mhm. Und Stein. Was für ein Stein? Bruchstein. Kohle hatten wir ja auch schon. Aber Kohle haben wir hier jetzt genug, glaube ich. Wenn ich das ja so richtig sehe. Get on my level. Ah ja. 89. In was denn? Guten Abend. Kannst du kurz wieder... Wo bist du denn? Oh, wie laut. Vielen Dank für dein Follow. Wie ich mich immer über meine Lautstärke erschrecke, ist aber nie ändere. Oh, oh. Wo bist du denn? Es wird dunkel. Ich glaube, ich buddel mich einfach gleich ein. Oh, ja, oder so. Ich sollte ungefähr so viel haben wie vorher. Oh, ja. Eisenbarren, Bruchsteine, Holz. Ich glaube, das ist eine Separationszahlung in Ordnung. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so schlecht. Das aufkommende Gefühl von Selbstmordgedanken ist wieder verschwunden. Ich hätte zwar ein bisschen mehr Eisen abgebaut, aber das geht okay. Äh, wo bist du gerade? Wir sollten mal zusammenfinden. Am Anfang noch. Ich bin noch am Anfang, äh, da wo du die Lava gesehen hast. Und kloppe hier gerade so ein bisschen Kohle. Guckst du Harry Potter? Äh, ich habe Harry Potter auf jeden Fall. Ich kenne Harry Potter, ja. Soll ich denn was erzählen? Get on my level. Ich habe mir letzte Woche sogar das Café angeguckt, in dem J.K. Rowling den ersten Harry Potter Band geschrieben hat. Und ich bin durch die Straße gegangen, wo sie die Idee bekommen hat für die Winkelgasse. Aha. Bist du denn hier? Ich glaube, du bist hier langgegangen, am, an den Felsen. Ja, ich bin da rechts runter von dir aus, glaube ich. Oh, ich bin in ein Loch gefallen. Das ist mal ein Viech, was ich schlagen muss. Au. Das war einmal ein Viech. Aber stirb du mir nicht. Naja, dann trinke ich ein Glas auf Ex, ne? Ich hoffe, das hat der Game-Designer von Mojang jetzt gehört. Dich würg. Aber, aber, aber Elfsche. Ich bin heute ein bisschen dünnhäutig. Weißt du? Weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich bin, so richtig. Eben reingefallen bin. Können wir mal deine Koordinaten sagen? Das ist ein Skelett. Wo bin ich denn hier rüber? Ah! Oh, erschreckt mich nicht so. Scheiß Skelett. Ja, ich muss nur gerade ein bisschen rennen, weil ich habe gerade einen Pfeil in den Arsch gekriegt. Ich bin ja gerade auf der ganz weiten, großen Fläche, wo ein bisschen Lava und so ist. Dann müsste ich dich ja da hinten sehen. Da gucke ich gerade drauf. Ah, ich sehe dich. Ich hopse in der Ferne und habe ein bisschen Angst, mich zu bewegen, weil hier Viecher sind. Und ich knackig und fast taub. Ich kann nichts dafür, dass mich ja alles so erschreckt in dem Spiel. Hallo. Hallo. Ich weiß ja nicht, wo du hin wolltest. Hier so. Ich folge dir mal ein bisschen. Ich habe ein bisschen Angst immer noch. Ich bin halb tot. Und jetzt noch etwas mehr als halb tot. Und noch etwas mehr. Bin ich fast drei Viertel tot. Ganz viele Schweine. Meinst du die Entwickler? Das ist ja die Frage, wo man sich jetzt aufstellt. Was? Wo bist du denn? Woher denn hin? Hier lang, wo die ganzen Schweine sind. Grunz, 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 grunz. Ja denn. Ganz viele Schweine getötet. Solltest du doch das gehört haben, das Massaker. Ja, aber jetzt sehe ich dich nicht mehr, weil walddicht. Hier an dem Fluss. Ja, der Elden sehe ich. Ah, ja, ja. Ich sehe dich. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Geh nochmal da. Wo wir Agi-Kon-Benz sind, so ein bisschen. Hier sehe ich ja gerade die Richtung zumindest vor dir. Von hier oben sollte ich irgendwo meine Workbench sehen. Ach da. Ach da, hallo. Na? Ich bin hier rechts. Da ist meine Workbench. Passt du mir ein bisschen Holz? Hm? Bist du mir ein bisschen Holz? Ja. Wissen du. Warte, ich glaube, ich kann das so machen. Ha! Mehr? Okay, reicht. Elf, schön. So, jetzt eine neue Spitzsacke, eine neue Axt, eine neue Schaufel. Ja. Ja. Und... Ich brauche Patz. Ein Schwert. Weil, ich hatte das ganz hart. So. Pat, pat. Ja! Ich glaube, das ist irgendwie anders. Äh, die Frage ist, wo bauen wir unser Haus? Wollen wir erstmal einen Ort suchen, um unser Haus zu bauen? Schon, ne? Ja, an Eisen kommen wir jetzt eh schlecht dran. Ist ein bisschen doof. Aufmunterungspatt, weil Weichfuchs. Was, was heißt denn hier Weichfuchs? Ich bin ja wohl männlich hart und abgebrüht. Ja, das ist bestimmt kein Diamant. Sieht ein bisschen anders aus als normale Blöcke. Ja, eher so Zinn oder so. Äh. Wäre praktisch, wenn man einen anderen Spieler in der Tasche stecken könnte. So. Würde man sich... Ich bin ein Schwert. Ach da. Würde man sich nämlich nicht aus den Augen verlieren, bis man was gefunden hat. Richtig? Ja. Ich meine, wenn wir ein Bett irgendwann gesetzt haben, können wir mal einen Kompass sehen. Oh, sind das viele Schweine. Mhm. Also wenn du mal programmierst und so, dann musst du eine Funktion anbauen, dass man mit Spielern eine Tasche stecken kann, damit man sich nicht verliert. Ne? Mhm. Natürlich. In der Tasche stecken. Ja. So als Gegenstand. Findest du mich noch? Nö. Ich seh dich. Äh. Links, hinter dir. Ah, hallo. Hallo. Wie Kitty einfach zu schnell für Fuchs ist. Ja, das ist doch normal. Bin doch eh gemütlich. Ich hab Angst. Wovor? Ein Schaf. Was schlafen? Wir brauchen ja auch Wolle, wenn wir es einfach umbringen und dann brauchen wir wirklich eine Schere dafür. Bringen wir es einfach mal um. Oh, ein Block Wolle. Mach'n Schaf. Oh. Ich glaube, wir haben genug für eine Axt. Ist das kaputt. Ist das kaputt. Ist das gut. Gott, sind ja viele Schweine. Was ist denn hier los? Hier ist ein Entwicklertreffen. Manchmal bin ich schon bösartig, ne? Aber ich wurde heute auch gemobbt. Manchmal guckt mich das Schwein so an. Okay, schnell. Warte. Wir brauchen zwei Betten, ne? Auf dem Server. Müssen alle schlafen. Wissen nicht. Ja, es müssen immer alle schlafen. Auf einem Server damit... Ja, aber vielleicht können wir am gleichen Bett schlafen. Ich glaube, das geht nicht. Wir haben es hübsch. Wir leben gerade in Ueckendorf. In einem Dreckloch. Okay. Also. Holz, 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 Holz. Wolle, Wolle, Wolle. Weißes Bett. Das hat das Symbol von einem Hearthstone. Witzig. Dieses Bett ist bereits belegt, steht da. Okay. Jetzt habe ich so das Gefühl, wenn man da später rauskommt, ist da ein Creeper. Das wäre creepy. Ich habe jetzt ein Haufen Schweinefleisch. Ich habe jetzt einen Haufen Schweinefleisch. Anstatt jetzt hier zu warten. Ich meine, schlafen ist einfach im Bett. Oh, guck mal, es ist Tag geworden. Magie. Ich habe ja geschlafen. Kann zaubern. Jetzt, das Schöne ist, jetzt kann mein Spieler den ganzen Tag jammern, weil er die Nacht nicht geschlafen hat. Mal eine neue Axt machen. Oh. Hier ist Öl. Die Beine in den Bauch gestanden. Öl. Hier hatten wir Öl gefunden. Ist gut. Pilze. Gleich aufessen. Daraus kann man Pilzsuppe machen. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das ist ein Skeletal. Ich muss jetzt erst mal was essen. Du auch. Du hast kaum noch HP. Ich auch nicht. Richtig. Ich habe die Hälfte drin gelassen. Oh. Arigato. Das bringt gut was. Ja. Fett. Wie mein Hintern. Wollen wir gleich weitergehen und erst mal uns hier ein bisschen einrichten. Ich würde schon sagen, ein Dreckloch einrichten. Ruhig mal gucken, dass wir einen schöneren Ort finden. Ah. Das war ein Creeper. Hui. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe nur ein Schhh gehört. Boom. Hui. Zum Glück hat er mich nicht so direkt getroffen. Sondern nur. Nur angeschlagen. Ei, ei, ei. Okay. Kannst du dich wieder voll essen? Hahaha. Wie das klingt. Wie das klingt. Habe ich. Jetzt mal hier lang gehen. Wo? Wo bist du? Immer noch hier in dem Loch. Wo bist denn du? Jan verliert mich innerhalb von zwei Sekunden. Ja, ist ja auch alles voll hier. Ja. Ich bin wie Zorro von One Piece. Dem kannst du sagen, geh nach rechts. Ich bin blind, nicht top. Oder so. Mhm. Oh, hier sind viele Blumen. Weil, weil, äh, Zorro, dem kannst du sagen, geh nach links oder geh nach rechts und meckert dann, dass du den Weg falsch beschreibst. Neue Rezepte. Ziemann hat auch viele Schweine. Ob wir uns jetzt fliegen lassen. Naja, klar. Sehr blumig hier. Ja. Und. Geht's runter? Ja. Äh, Lava. Achtung. Dass man ja so kennt, hat man ja einfach mal so. Random Vulkan. Äh, ja. Ordentlich viele Blumen. Hübsch. Hier sieht man irgendwie fast gar nichts. Weil alles voll ist mit Blumen und so. Ach ja. Dann müsste mal. Rasenmäher. Ja. Ich bin doch immer hinter dir. Hm? Nur mal gucken, damit's so vom Aussichtspunkt her, wo man bauen könnte. das sieht aus wie ein Mega-Wald hier. Ja. Was sagst du? Wo sollen wir hingehen? Ja. Ja. Au. Sogar im Dreck wachsen die. Wir haben's hier sehr übersichtlich. Wir haben Wasser. Machen Oktopusse was? Nö. Plausche Oktopus. Hallo Oktopus. Siehst gruselig aus, Oktopus. Gut, dass du lieb bist. Wir sind lieb. Ja. Wir schlachten die Umwelt. Laufenplanus durch die Gegend. Ja, das war beim letzten Mal einfacher, weil wir gleich so eine plane Ebene gefunden haben, die recht hoch lag an dem Berg. Hm. Ich mein, ist ja nicht so, dass man Bäume nicht fällen könnte. Nee, die sind aus Stein. Man könnte behaupten, viele Bäume sind gut. Hm. Schön, zumindest. Weißt du ja nicht, wo du bauen willst. Bau auf dir. Diese Steine können sie bauen. Und was treibt ihr Zuschauerstücke nebenbei so? Oh. Ein finsterer Wald. Ein finsterer Wald. Und da hinten ist irgendwie was Sandigeres. Oder ist das nur der Strand? Ein finster Sandewald. Nee, jetzt bergauf, das ist ja meistens ein gutes Zeichen. Inwiefern? Das ist besser, wenn es mal bergab geht. Ja, ist auch irgendwie cool, oder? Mhm. Da hat man mehr Ausblick. Mit Gronkh läuft gerade die Diablo 4-Demo. Schaut richtig gut aus. Kannst du dir die Wiederholung anschauen? Oh, das werde ich auf jeden Fall tun. Wie neidisch ich bin. Es ist gerade BlizzCon, weißt du? Gronkh hat schon die Demo von D4. Gibt's ja gar nicht. Achtung, dann geht's runter zum Lava. Wo? Wo? Ich muss Blizzard... Ich hab's mit Erde zugebaut, aber ich hab Angst, dass das Sand runterfallen könnte. Okay. Ich muss Blizzard mal anschreiben, ob die mir auch die Demo geben. Zählst du von hier? Das sieht doch letztlich aus mit dem Lava-Full. Ja, das sieht schon cool aus, aber wir müssen erst mal ein bisschen einebnen hier. Lass mich mal hier Bäume wegschlagen. Okay. Schlimm, wie Minecraft ohne Shader aussieht. Bah! Naja. Ich find, das geht gerade. Dank der Texture-Packs und so. So ganz nackt Default find ich's auch ein bisschen augenkrebsig. Emily. Habt nicht immer so viele Ansprüche. Jetzt komm ich dir da rüber. Ja, ohne Shader ist schon ein bisschen hässlich. Ach, ihr seid alle schlimm. Ich find, das geht eigentlich voll klar mit Texturen. Ja, also mit Texturen find ich, geht das voll. Wie gesagt, Default find ich das auch zu pixelig. So ist das halt ne Grenze, wo es aber noch gut aussieht. Ich mach uns mal zwei Holz, äh, zwei. Warte, hab ich genug Stoff? Äh, warte. Wir werden aber, glaub ich, unterbrochen, ne, wenn Viecher kommen. Dann schlafen. Hast du eine Wolle? Nee. Oh oh. Tja, dann ich würde sagen, wir bauen uns kurz ein und dann machen wir wieder zwei. Schrägstrich Zeitraffer-Modus. Hallo. Oh, wir sind zusammen begraben. Zeitraffer. Und Gronkh hat die Demo nicht zu Hause, aber der Jo ist auf der Convention. Dort können sie direkt über den eigenen Stream-Schlüssel und OBS auf ihrem Kanal streamen. Ach so. Mensch, das ist ja witzig. Den Jo, dem habe ich ja erst Samstag gesehen. Das war der große Mario, weißt du? Jo. Der größte da. Ja. Weißt du, ach so, gut, dann ist er. Ah jo. Ich hätte ja auch schon, ich hatte vor ein oder zwei Jahren auch mal die Möglichkeit, auf die BlizzCon zu gehen. Ich habe dann aber die Mail nicht gelesen. Das ist halt wirklich groß. Wie hast du die Mail nicht gelesen? Nö, ich hatte die Möglichkeit gehabt, auf die BlizzCon zu reisen vor ein oder zwei Jahren. Ja, das wäre aber teuer gewesen. Es hätte mir bezahlt und so. Ich hätte da mich einfach anschließen können. Ja, es ist doof. Ich habe zu der Zeit, das war eine Zeit, da habe ich halt kaum meine Mails gelesen und hätte ich die Mail gelesen und rechtzeitig beantwortet, dann hätte ich das mit erlebt. Ja, dumm. Weißt du noch, dass ich dir erzählt habe, dass ich doch mal Praktika gemacht habe im Tonstudio? Mhm. Genau dort. Aber Füchse sind ja aber manchmal ein bisschen blöde, ne? Und das sind Chancen verstreichen. Aber ich gelobe Besserung. Also, wie gesagt, mit Diablo 4 ist natürlich auch noch ein sehr früheres Stadion, muss man einfach sagen. Die haben jetzt gerade erst das Spiel announced. Das heißt, die haben schon einiges. Ja. Die haben schon einiges, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass noch wirklich vieles verändert wird, bis es wirklich rauskommt. Ich bin mit der neuen Bösewichtin auf jeden Fall sehr zufrieden, weil die müssen sich ja irgendwie steigern. Im ersten Diablo-Teil, da hattest du ja nur ein Dungeon, wo am Ende Diablo saß. Und auf dem Weg zu Diablo klopst du Leute weg, die sich ihm quasi verschrieben haben. Und im zweiten Teil, da klopst du erstmal die Hälfte der niederen Übel um und dann alle drei großen Übel klopst du dann weg. Und im dritten Teil klopst du die verbliebenen niederen Übel weg. Ja, und dann verbinden sich alle sieben zu einem obersten Übel klopst du weg. Dann nimmt sich einer der höchsten Engel die Seele von Diablo und auch die der anderen irgendwo, aber die von Diablo wird hauptsächlich genutzt und klöpselt sich mit einem Mach den Grund raus. Okay. Und mach nicht zu klein. Du weißt schon, dass es irgendwann Nacht wird, ne? Und ja. Jedenfalls müssen die sich vielleicht irgendwo steigern. Und Lilith ist halt eine super Steigerung, finde ich. Ich hab auch schon gesagt, die einzigen drei Gegner, die ich mir vorstellen kann, die in Zukunft noch als Boss kommen, wären Lilith, Inarius, Tragul. Das sind die einzigen drei, die ich als stärker ansehe, als eben so ein oberster Übel Diablo oder einer aus dem Angirisrat. Weil unter Inarius war der stärkste der Engel. Lilith hat auch unheimliches Potenzial und ist auch schon unheimlich alt. Ich würde sagen, wir können ja da ein Stück anbauen später, aber jetzt erst mal hier so. Und Tragul ein paar Baumstämme oder so, irgendwie dunkle vielleicht. Achso, hier ist, okay, warte. Und Tragul ist halt, wer das, hab ich überhaupt dunkle? Das ist mir echt kaum dunkle gegeben, oder? Das waren echt nur elf. Verrückt. Da muss ich nochmal. Ich musste ja 64 gegeben haben, aber vielleicht. Hast du die schon benutzt für bauen oder so? Also ich habe tatsächlich gerade nur die. Jetzt hast du alle. Muss ich gleich erst mal auf dunkle Baumjagd gehen. Sobald wir eine Truhe haben, verpiesel ich mich. Ja, warte. Und geh Bäume jagen. Bei dunkles Holz als Boden finde ich schön. Ja. Deswegen gehe ich gleich mal weg in die Wälder. Also da drüben in die Dunkelwälder. Neon Tragul ist ja quasi mit Sanktuario zusammen erschaffen worden, automatisch in der Taschendimension und gilt als der Drache der Zeit. Und in seinen Schuppen spiegeln sich ja quasi alle Möglichkeiten, aller Dinge wieder, die je passieren könnten oder schon passiert sind oder so. Und der hat auch eine unheimliche Macht. Tatsächlich ist der stärker als die meisten Engel und Dämonen. Der hat es sogar mal geschafft, eine Armee aus Engeln und Dämonen gleichzeitig in ihre jeweiligen Portale einfach mal wieder zurückzudrücken. Fertig. Der hat übrigens auch Linarian ausgebildet, der sich jetzt Ratma nennt, was übersetzt Schüler bedeutet. Und Linarian war dieser komische blasse Typ aus der Cinematic gestern. Was der mit Lilith zu tun hat, das weiß man nicht so genau. Das gilt Symbol eigentlich nichts miteinander zu tun, außer dass Linarian zu den ersten Kindern gehörte von Lilith und Inarius zu den ersten Menschen, der sich der Nekromantie verschrieben hatte. Und als Schüler den Bruder vom ehemals stärksten Nephalem hatte auch. Mendeln war sein Schüler. Gucken, ob man den auch trifft. Ah, wie hoch willst du das machen? Stimmt, wo bin ich jetzt 1, 2, 3, 4, schon viel zu hoch. Hier muss Ende sein. Jedenfalls verstehe ich nicht. Aber Linarian ist vom Prinzip her so ein bisschen wie Malta Malta ist der Erzengel der Weisheit gewesen, der dann zum Tod wurde, weil seine Weisheit sagt ihm, dass im Endeffekt alles im Tode endet. Und dass der Tod quasi der Sinn ist von allem. Da er am Ende aller Prozesse steht. Und dass man deswegen den Tod direkt herbeiführen sollte. Und Mendeln im Endeffekt hat sich der Nekromantie verschrieben. Jetzt weiß ich auch warum dieser Todkopfrahmen war um diese Lilith rum. Wegen dem Tod als Thema auch dem Zyklus von Leben und Tod hat er sich verschrieben. Alles genau zu bewuscheln. Ja. Gehen wir ein bisschen dunkles Holz haben? Ja, das war die Richtung hier, glaube ich. ich habe keine Axt. Ich muss meine Axt machen erst mal. Meine ist schon wieder kaputt. Ich mache gleich eine Steinaxt. Und das sich länger hält hier. Und dann packe ich gleich ein bisschen was in die Truhe hier. Ja. Also alles, was du nicht brauchst, würde ich reinpacken. Also das meiste halt. Ja. Das können wir dann hier immer rausnehmen, wenn wir gerade was brauchen. Wofür so eine Truhe ja auch irgendwo gut ist, dass man Dinge raushält, wo man sie braucht. Alles, was du nicht brauchst, weil sonst verlierst du das nur unnötig. Und ich meine, man kennt mich ja, dass ich geduldig bin dann. So, ich glaube, ich habe alles. Sag mal wahrscheinlich, wenn du irgendwo Schafe findest. Bei Onkel Jo finde ich es auch, es ist ein tolles Beispiel, wie jemand, der sehr bekannt ist, einfach sehr bodenständig geblieben ist. Weil ich meine, der war halt schon Chefredakteur bei einigen bekannten Magazinen und Seiten im Internet, ist jetzt Chefredakteur bei Gronkh und so und ist trotzdem halt einfach total nahbar. Das finde ich sehr cool. Das haben wir genug für zwei Betten. Da hinten sind dunkle Bäume. Und das gleiche, finde ich, ist genau auch bei Pan. Pan ist mittlerweile auch mega bekannt. Und die bildet sich da auch nichts drauf ein. da geht die Sonne wieder unter. Oh. Ja, können wir quasi fast wieder umdrehen. Oder wir graben, stecken Kopf in Sand. und ich gucke sofort wieder in den Chat, meine Lieben. Ich bin gerade nur ein bisschen nervös, weil es gerade dunkel wird und ich deswegen gerade gefühlt sehr aufmerksam sein muss. erst mal in ein Loch gefallen. Wie im echten Leben, ich falle dauernd in ein Loch. Hier gibt es Lava. Ich glaube, wir sollten wieder zurück, oder? Ja. Zu dunkel, ne? Bist du? Ja. Hier ist schon ein Skelette. Können gar nicht mehr sprinten, zu wenig essen. Oder ist ein Skelett auch dunkel, links? Lauf dir einfach hinterher. Ich habe schon an meinem Ohren Pfeil vorbeischießen hören. Oh, da steht auch eins am Ufer. Rechts. Au. Pfeil in Arsch. Kriegt hier. Oh, ich bin auch. Au, ich noch einen. Da drüben ist unser Häuschen. oh. Ein Enderman. Nicht angucken, nicht in die Augen gucken. Ich glaube, die werden nur griffig, wenn man sie anguckt, ne? Laufeln. Laufeln, laufen hier rein. Pfiuh. Also. Lass mal die Betten noch. Ähm. Ist mir leid. Da, 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 da. Ja, aber was mit Schäde ist sogar Default gut. Ach, Emily, ich hau dich. Aber stimmt schon, Belichtung ist alles. Hat halt viel mehr Performance-Kosten als jetzt so ein paar textische Änderungen. Sie sagten, dass eine sehr frühe Alpha sein soll. Nachdem, wie lange die drei gedauert hat, schätze ich mal früh sind Ende 21, 22. Das ist in Ordnung. Das soll auch erst rauskommen, wenn ich mit der Schule fertig bin. Sonst mache ich die Schule ja nicht mehr. Ähm. Macht doch immer gerne ein Diablo-Story-Video für YouTube. Ähm. Da habe ich sogar schon mal tatsächlich überlegt, jetzt das so was zu machen. Ähm. Das habe ich überlegt, weil ich habe tatsächlich schon selber viel zum Thema Diablo für mich jetzt aufgeschrieben, aber ich könnte das mal zu einer kleinen Story ummodeln und dann irgendwie mal häppchenweise sowas hochladen, dass ich quasi so kapitelweise erkläre, was storytechnisch vorgefallen ist, weil da kommt auch bevor Diablo 1 anfängt, kann ich locker irgendwie achtmal zehn Minuten quatschen. Ähm. Nur bis dahin. Ne? Also von daher, sowas mache ich garantiert mal. Aber da kann man sich echt noch Zeit lassen, weil das wird dauern, ähm, bis die da jetzt ein bisschen konkreter werden. Ich habe mir jetzt erstmal das Presse-Kit, äh, besorgt hier von Diablo Gedöns. Alleine schon schön natürlich auch, dass man dieses Cinematic erstmal, äh, in Maximalqualität hat und gegen ein paar, zwei Gigabyte hat die jetzt, äh, in der Presse-Quali. Da ist nix mehr mit, äh, Blöcken, die man sieht. Wolleförben? Ne, weil wenn ihr manchmal so Videos guckt im Internet und ihr seht dann da, dass auf einmal die Pixel sich so zusammen, wie so Chunks oder so Blöcke aussieht oder so, das liegt an einer geringen Bitrate. Ne? Das heißt zwar, die Auflösung ist vielleicht zwar Full-HD, aber es gibt halt wenig Bits pro Sekunde. Dadurch ist dann halt die Größe, trotz hoher Auflösung, ist die Größe des Videos quasi komprimiert, aber dadurch werden benachbarte Pixel quasi angeglichen, damit insgesamt weniger Informationen pro Bild entstehen. Das spart halt unheimlich viel Speicherplatz. Ne, da machst du aus einem zwei Gigabyte-Clip machst du mal eben 100 Megabyte, aber es sieht dann halt hinterher nicht so gut aus. Aber es ist natürlich war nochmal ein viel schöneres Erlebnis, das Video sich auch nochmal mit 50, äh, Blu-Ray-Qualität halt anzugucken, ne, das ist dann so um die 30 bis 50 Mbit. Ich streame hier zum Beispiel gerade nur mit 6 Mbit, viel mehr macht auch kaum Sinn tatsächlich heutzutage, so. Und YouTube hat oft sogar nur 3 Mbit bei vielen Dingen. Das ist so auch so die Grenze. Alles unter 2 bis 3 Mbit sieht scheiße aus. so. Und ich glaube mit 6 fahre ich ja aktuell ganz gut. Und trotzdem wenn sehr viel passiert im Bild, ruckelt es und blockt es dann trotzdem. Aber das kriegt auch kein Streamer verhindert großartig. Außer man sagt mir irgendwann, es sieht scheiße aus, dann probiere ich da was dran zu ändern. Mich würde es ja sehr interessieren, da ich nur Diablo 3 gespielt habe und kaum einen Überblick über die gesamte Handlung habe. Ich kann dir einfach sagen, das ist ein Moloch an Handlung. Das ist wie Mittelerde. Das ist unglaublich. Wie gesagt, Lilith, die Böse aus dem Video, ist halt die Mutter der Nephilim. Und die Nephilim ist die erste Generation von Menschen quasi aus Engeln und Dämonen. Zusammengefasst ist es, dass quasi Lilith ist die Tochter eines der großen Übel, nämlich Mephisto, die Tochter des Hasses. Und dann gab es da halt einen der Engel aus dem Angiris, aus dem höchsten Rat, der vor Imperius quasi der Anführer war, der Inarius. Und beide hatten keinen Bock mehr auf diesen ewigen Krieg, bei dem Engel und Dämonen sich gegenseitig umbringen und am Ende werden sie trotzdem wiederbelebt. Weil Engel und Dämonen, wenn deren Seelen sterben, werden die quasi nach einer gewissen Zeit können die sich selber wieder erschaffen. Und deswegen war dieser Krieg unnötig eigentlich. Aber es ist halt ewig dieser Konflikt zwischen Gut und Böse, der da andauerte und die wollten da aussteigen und haben sich dann zusammengetan und haben halt die Welt der Menschen geschaffen und ihre Kinder waren dann die ersten Menschen und die waren unheimlich mächtig und haben Engel und Dämonen noch übertroffen. Und dann hat halt Inarius, als Wahrer der Ordnung, als Engelchen, hat halt versucht, möglichst seine Kinder zu limitieren in den Fähigkeiten, weil er gesagt hat, wenn die so stark werden, dann merken Himmel und Hölle was von denen und vernichten dieses Reich. Und Lilith hat das Gegenteil gedacht und gesagt, geil, dass die so stark sind, damit können wir Himmel und Hölle rulen. Damit machen wir sie alle platt und haben dann selber die Kraft hier. Und das wurde Inarius irgendwann so blöde, dass er sie dann halt verbannt hat in die Lehre, aus der sie jetzt offenbar in Diablo 4 befreit wurde. Und dieser böse blaue Haut und Kapuzen-Typi war wie gesagt einer ihrer ersten Kinder, der sich eigentlich seit 3000 Jahren nicht mehr hat blicken lassen auf der Welt. Also muss das schon was heißen, dass der da einfach rumhockt. Außerdem fand ich witzig, dass man erst gesehen hat, wie man halt die Kapelle gesehen hat, in der am Anfang von Diablo 3 der Komet eingeschlagen ist. Und dann hat man da drunter offenbar diesen Tempel der Trione gesehen, in denen man wo man dann eben auch Lilith beschwören konnte. Und das wundert mich gerade ein bisschen. Das verstehe ich gerade noch nicht ganz. dass da halt unterhalb der Kathedrale von Tristram offenbar ein Trione-Tempel ist. Trione erste, also eine der ersten wirklichen Religionen der Welt. Und das könnte tatsächlich vieles erklären, was die Lore angeht, dass Diablo immer wieder da Fuß gefasst hat, in Tristram. Weil die Trione ist quasi einer der Angelpunkte der drei Übel in dieser Welt gewesen. Das würde vieles erklären, ja. Aber das werde ich auf jeden Fall machen, so ein Story-Video. Nur muss man sich damit nicht beeilen, weil es wird noch dauern. Ich würde es sehr interessieren, so habe ich ja gerade vorgelesen. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall wert, das mal gehört zu haben alles. Das ist eine coole Geschichte. Sie orientiert sich auch tatsächlich an Mythologien, die es schon gibt. Also gerade die christliche Mythologie, die merkt man da mit Engel und Dämonen und Himmel und Hölle und so, ja, immer wieder. Aber die Christen haben Himmel und Hölle das Prinzip ja auch nicht erfunden. Das kannten vorher die Zoroastra schon. Die Christen waren ja eine Sekte der Juden und die Juden kannten Himmel und Hölle so noch gar nicht. Das haben sie sich von den Zoroastran abgeguckt. Und auch davor gab es ja schon Unterwelt Vorstellungen. Mario macht Dinge schick. Und die Figur der Lilith ist eigentlich auch noch älter. Lilith ist eigentlich schon aus babylonischen Zeiten teilweise bekannt. Lilith ist auch glaube ich auch ein Pendant in Richtung hier Tiamat. Also das ist ähm das geht schon quasi bis an die Wurzeln der ersten Religionen ran die es je gehabt. Es ist schon wieder Tag aber ich glaube da sind noch viele Viecher. Sogar ein Creeper. Langsam verbrennen sie jetzt alle. Naja sieht irgendwie doof aus aber egal. Ich lock verbrenn doch endlich mal du Skelett. Kommen wir sonst nicht raus. Sollte ich mal Dinge essen. Stimmt. Ich will halt eigentlich mal raus aber das kann ich nicht weil die Viecher nicht abhauen. Rechts in den Bäumen ist ein Creeper und links ist versteckt ein Skelett. Warum halten die drei Sprungschläge aus? Der ist schon mal weg hier. Naja ich ähm unser Haus hier und da ist noch ein Viech. Ich gehe mal wieder zu den dunklen Bäumen dann nutze mal den Ja halbwegs ja ich finde das ästhetisch das Holz fehlt Kannst ja dann auch gleich mal Keller anlegen im Sinne von ne Höhle dann besorge ich uns erstmal Holz Och wie viele dreckige Creeper hier rumlaufen wir müssen den ganzen Wald zerstören Ich habe schon übrigens witzigerweise just gerade vor zehn Sekunden überlegt wenn ich wieder zu Hause bin von meinem Trip hier in den dunkel Wald dann werde ich erstmal so einen kleinen Kreis um unser Haus kahl machen damit wir immer gute Einsicht haben und dass da keine Viecher spawnen und mir ging es um die Einsicht aber ja das macht Sinn ja ja dann erstmal überall fackeln setzen ich habe ja gestern Corby gar nicht richtig verstanden wer der Typ in der Robe war ich ging ja davon aus dass das ich habe so gedacht Inarius kann das nicht sein dazu wirkt er mir zu unheilig so gefallen kann er gar nicht sein außerdem Inarius ich habe Gummibäume gefunden das ist cool außerdem der aktuelle Töte alle Schafe die du findest muss man kurz Okay wahrscheinlich muss er aufs Klo auf jeden Fall der aktuelle Aufenthaltsort von Inarius ist ja auch die Hölle als Lilith und Inarius Konflikte so groß waren dass Himmel und Hölle auch auf den Plan trat zu der Zeit hatte ja dann Draguul die Sanktuario quasi beschützt in einer einmaligen Aktion und dann mussten sie irgendwie eine Einigung finden und haben abgestimmt soll die Welt halt bestehen bleiben oder nicht und Tyrael der immer als großer Streiter für die Menschen einsteht der hat am Ende quasi entschieden seine Stimme hat dafür gesorgt dass die Welt bestehen bleibt und das hielt ihm der Engel auch immer wieder vor jedenfalls hat natürlich bei dem Deal war halt dabei dass Inarius der Hölle übergeben wurde der hat auch ein bisschen Mist gebaut der wurde ein bisschen wahnsinnig so passiert schon mal und dann wurde er der Hölle übergeben das heißt die Hölle hat aktuell Inarius und vorher hatte er Lilith eben in die Leere geschickt in eine komplett leere Dimension und ich glaube wenn man so 3000 Jahre lang in der Leere ist ich glaube wenn man dann wieder auf die Erde kommt ich kann mir vorstellen dass die dann auch so ein bisschen gaga geworden ist da also schlimmer als es eh schon war kann ich mir vorstellen deswegen wäre meine andere Vermutung ja Lucien gewesen ihr Bruder das würde vom Aussehen her passen und er hat halt die Trione auch geleitet ähm hast du noch Wolle nope nichts gefunden aber es ist halt offenbar ihr Sohn was ich wie gesagt auch hätte mir denken können als er gesagt hat gebenedeite Mutter aber ich habe das eher als Redewendung verstanden und nicht als direkt ne das ist halt die Mutter aller das ist ja die Mutter der Welt die Schöpferin ja ja sie hat halt die Welt mit geschaffen mit den Abels deswegen dachte ich das Gebinde deiner Mutter steht einfach für die Schöpferin dieser Welt und äh und äh sticky situation hast du Schleim schon gefunden ne ich hab von den Gummibäumen Gummi geerntet jedenfalls war das aber wörtlich zu verstehen das habe ich dann noch mitgekriegt haben wir einfach mal einen der ersten Nephalim ich denke mal Korbi wenn du Diablo 3 gespielt hast hast du sicher schon mal den Namen Bulkatos gehört ne der Barbar der redet doch gerne über Bulkatos und dass er eben die Kräfte leihen soll und so ein Kram Bulkatos ist ein Bruder von dem da gestern aus dem Video von dem Ratma Bulkatos ist in die Berge gegangen und hat da die Barbaren gegründet sage ich mal den Stamm der Barbaren als Wächter quasi die ersten Nephalim waren immer Begründer einer Klasse da gab es eine erste Zauberin und einen ersten Mönch sowas jetzt weiß ich schon wieder nicht wo ich bin ich glaube da könnten wir sein und Linarian der sich dann später Ratman Ratman nannte war eben auch einer der und der war immer der komischste der hat sich von allen immer fern gehalten und hat die Isolation gesucht und wir lernen ja wenn Leute die Isolation suchen werden sie bekloppt zufällig braune Baumstämme also dunkle braune Baumstämme und orangene Blätter findest das sind Gummibäume also nicht orangene Blätter und helle Stämme sondern orangene Blätter und dunkle Stämme okay ja ich achte drauf wenn ich es finde die bitte nicht weg holzen danke jo ne Mariöchen ja du du stimmst mir zu das finde ich lieb habe ich noch steine habe ich nicht wenn ich Dinge putze ne dann habe ich festgestellt wenn ich Dinge putze sind die hinterher sauberer habe ich festgestellt jetzt nicht gedacht ne hast du schon mal versucht das dir zu patentieren ich glaube dann komme ich erstmal patentiert in so ein beschlossenes Haus wenn ich das versuche patentiert das geschlossen ist aber ich muss von dir patentiert werden verstehst du patentiert was atmet ist so schwer manchmal fühle ich mich nur einfach so seelisch geschmerzt das das erinnert mich an an die halloween party da hatte ich mir so ein haarreif aufgesetzt mit katzenohren da habe ich gesagt look i'm a cat i'm always positive da habe ich tatzenbewegungen in die luft gemacht ich bringe sogar ausländer zum augenrollen mein gott wer hat die deutschen hier reingelassen naja endlich mal ein bisschen eisen hier technologischer fortschritt ist okay kratzen ist okay nicht kratzen danke der ausländer warst du in dem moment eher du ja das ist richtig aber du weißt was ich meine sagen wir dann selbst im ausland schaffe ich es dass leute die augenrollen das meine ich damit die spinnen hier immer giftig sind ne komm her spinne komm auch lieber wieder rein ich hoffe ich finde den weg hier bin ich weiß gar nicht und gerade sagen wir haben noch gar keinen keller ich frage mich wo er ist emily wann warst du die letzte woche eigentlich in der schule oh oh irgendwelche trolle greifen mich an die werfen zeug auf mich we get the voodoo what i get the voodoo relax is too relaxed relax da da me got the good stuff man let me relax fancy me got the good stuff man you got the good stuff man relax i gotta eat things man jetzt habe ich ein zweites bed voodoo you hoodoo bitch kannst nicht schlafen es sind monster in der nähe aber die tür ist doch zu relax da 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 relax na na muss ich das jetzt hier in die mitte machen das dingo das haben sie auch immer in warcraft gesagt das kann ich nicht mal schlafen weil die monstern dann nicht wenn ich mal mitten in den raum solltest ruhig öfter mal was essen relax kannst du mich füttern und so die wollen uns das wuno geben me got the good stuff man fick den ich meine flieg stich ich habe ihn getötet oh zu viele kannst du nicht die andere weil da jetzt sind da irgendwie vier fünf viecher vor der tür ach das bringt nichts da müssen wir warten bis es morgen wird ich fühle mich hier wie in so einer A ich habe zucker und glasflasche von dem typen gekriegt ich wusste gar nicht dass es irgendwelche werfenden trolle gibt in vanillamink ja wenn man in Minecraft hat oder halt was auch immer das für monster warum habt ihr kein fenster oder hilft das nix für was wegen soll das jetzt helfen ich will doch nur einen einzigen da raus haben und nicht immer die hälfte kannst du mit shift nimmt alles mit rechts nimmst du die hälfte ja aber das kann ja nicht jeder so gut hier nimm dein schwert oh danke woher weißt du was ich mir machen wollte ich bin ja echt mal gespannt wenn ich das mal nachgucke was was die demo bisher so kann raus gucken ob was vor der tür steht das hörst du doch habt ihr es endlich geschafft habt ihr es endlich geschafft ja und sie aber das war auch vier stunden lang rumgeprüttelt bis es lief und dann lief es nicht dann war es zwei stunden gespielt und dann haben wir gemerkt oh die mods sind hier gar nicht aktiv na zwei stunden wir sind überdrehen es waren knapp zwei stunden stunde 47 oder so haben wir neu gefangen es gab reparationszahlungen in form von holz und stein und eisen ungefähr das was wir uns vorher auch schon abgebaut hatten und dann haben wir nochmal neu hab ich heute per post gekriegt hier den weihnachtsmann schneemann hiermit sieht man vielleicht gerade nicht so gut aber der hat lila klamotten an kann man kerzen drin anzünden okay ich hab so leise ich hab hier laufen ich hör nichts außer eure Stimmen in der Schau kein Wunder wenn du es so leise hast dass du sagst Mario stell mal lauter ich hab euch gerade auf zwei Prozent den hab ich in rot cool und etwas größer was? ich muss mich doch noch lauter stellen nein, 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 musste nicht musste auch nicht ich fand ich sagte nur zu Elfsche kein Wunder dass du sagst dass Mario sich lauter stellen soll wenn du uns so leise hast ich sagte gerade das Spiel ist so leise gestellt hätte mich hier nicht lauter gestellt ich in blau sehr witzig dass ihr den auch habt wieso ist denn Mario ein Fuchs ich bin verwirrt das ist Mimikry das ist Mimikry weil das ist ein süßer Skindus ja und ich habe hier ich sehe ja quasi aus wie ich auch in echt aussehe quasi klar das lila Bändchen am Arm fancy Klamotten voll lila müsste das noch mal ein bisschen lila machen rote Augen wie immer genau rote Augen vor Wut weil du auch immer mit roter Kleidung rumläufst und mit einem Cape ja ich muss das halt mal lila machen also quasi wie immer ich laufe ja auch so rum wie ich immer rumlaufe richtig hol dir mal so ein Kigurumi heißen die glaube ich diese Ganzkörperanzüge sowas brauchst du mal als Fuchs verblüffende Ähnlichkeit na schau sorry Frank wollte HP gucken deswegen habe ich die Stöpsel in den Ohren achso stimmt Harry Potter aber sowas brauche ich halt nicht gucken weil ich habe halt 1 bis 8 hier in der Collectors Edition im Regal wenn man mal fuck ins Mikro reinbrüllt dann sollte niemand aufwachen ja ja das muss ja nur das Spiel alles machen was ich will sonst ist ja alles ok jetzt hör mal auf zu schreien um blöden kackdinger hier der CC-Tag ja ich bin im Wasser wer ist hin hier ist hin danke das letzte mal ein paar Gummibaum Setzlinge mach das aber noch nicht nah am Haus ja ok wo denn ja so ein bisschen Abstand kannst du das ja locker machen ich mache hier gerade nur nochmal so einen Ticken kleinen Kreis hier ums Haus dass wir hier Ruhe haben nachts ein bisschen keine Angst ich mach uns das schon schön ich doch auch also die DVDs mit dem Stimmen ist es halt so dass Jan laut und deutlich gräbt und Kitty leiser ist reicht aber nur die Hintergrundgeräusche stellenweise leise für mich das hilft denen ja nicht doch weil dann können sie allgemein laut du gucke mal ich glaube hier ist ein Gummibaum klar hilft das muss ja nur in Relation zu dir passen hier ist ein Gummibaum komm 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 hier da oder ist das ein Gummibaum ja na schau den stehen lassen das weiß ich beziehungsweise die Blätter abmachen vielleicht kommen da Setzlinge raus Mario verkloppt Bäume wenn ich das Holz wegnehme dann decayt doch automatisch so nach und nach die Blätter in der Luft ne ja ok meine Lieben ich hasse ja nicht ich hasse Wälder nicht aber sind sehr gefährlich ums Haus rum ist schwierig ah jetzt höre ich gerade hier Elvin Forest Musik da werden Erinnerungen wach Tag Musik von Elvin Forest Päh Dumbledore stirbt gerade also seid ihr im sechsten schon ist doch ein so ein weiß ich nicht Marathon glaube ich das Wochenende ist eigentlich noch Dings dunkle Baum Dings dunkle ja habe ich eine Axt ist schon wieder hin da ist dunkles Baum da ist dunkles Baum ja 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 machen wir mal irgendwas Axtiges na was denn mein wunderschönen Engelsgesang So, eine Steinaxt Schreit schon wieder nach Popo-Klatsche Lalalalalala Ich stelle es auf Warum? Oh, dann hörst du Meinst du, das denkt meine Nachbar noch Die letzten hier nicht die Genwohr-Konvention Der ist frech TV-Sat1 Ah, Kitty, würdest du bitte den Fuchs Dolle in den Arsch versohlen beim nächsten Treffen? Das hat er nicht gelesen, zum Glück Außerdem Müsste er dazu erstmal stärker sein als ich Geht ja nicht Ich bin lieb, ne? Kann ich nicht auf die Truhen zugreifen? Ach, ich hab's zugebaut hier oben Wollen wir denn eigentlich die Mine unterm Haus lang bauen? Willst du einen Eingang im Haus haben? Oder Willst du Von zu Hause, wer weiter weg? Ja, nein, vielleicht Weiß nicht Vom Haus aus ist ganz gut Ne? Noch gleich ein Loch hier hinter Wir haben ja schon quasi ein Loch hinterm Haus Du denkst genau das gleiche, was ich gedacht habe Deswegen hab ich hier angefangen, hier die hellen Dinger hinzupacken Weil ich so dachte Mensch Beide Etage Yay Es denkt wie ich Ob das gut ist? Können ja das Dach aus dem hellen Holz machen Was sagst du? Ja, können wir machen Können wir die Treppe hell machen Oder sollen wir das dann auch dunkelbraun machen? Dunkelbraun war vielleicht ein Tick schöner, oder? Weiß nicht Hm Was sagst du? Das Dach meinst du jetzt? Da ich hier die Ecken aus dunkelbraunem Holz, die man machen will Auch schön Ops Wollte ich tun Erde Erde ist gut so Für erdige Dinge Mache 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 Okay Mache Items Ja Ja Okay Okay Wollen wir das mal dunkel So, let us know. gebastelt. Ich versuche, Dinge zu schön zu machen. Klöpse, klöpse, klöpse. La 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 la. La 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 la. Nicht wahr? Ich weiß ja nicht, was die anderen sagen, aber mir gefällt das Text schon weg. Ja, mir auch. Es geht denn ja nur darum, dass wir noch zusätzlichen Shader haben sollen mit 2000 mal 2000 da Texturen und alles. Und natürlich dabei dann auch noch Dings aktivieren. 2000 mal 2000, da hat das wahrscheinlich schon das Texturen. Das kann sogar gut sein. Wahrscheinlich verbesserte Lichteffekte. Ja, die hätten natürlich dann auch noch gerne was ganz klar. Also Raytracing hier, ist klar. Anders geht ja nicht. Kleine, verwöhnte, flauschige Blagen. Lalalala Nicht, dass ich irgendwann noch Haue von Zuschauern kriege hier. Was ist das so sagen? Ich kann diese Schönheit nicht ertragen in der Stimme. Kannst du mal unter mich eine Truhe platzieren? Sonst kommt... Egal, ich komme so raus. Hast du noch Fackeln? Egal, ich kann Leuchten machen. Egal, ich kann Leuchten machen. Jetzt hab ich Fackeln. Oh, danke. Oh, klasse. Das geht sogar auf. Tja, wir sollten jetzt langsam mal schlafen gehen, bevor die Monster herkommen. Und dann können wir wieder nicht schlafen, weil sie in der Nähe sind. Mhm. Kannst du dein Bett setzen? Hab noch kein Bett. Du hast doch vorhin eins aufgehoben. Hast du dir eine Truhe reingetan? Äh, nicht, dass ich wüsste. Ich hätte kein Bett. Sieht aus wie ein Hearthstone. Oh, warte, ich guck nochmal. Ah, dann hab ich... Ah, okay, ich hab's... Ja, weil es aussieht wie ein Hearthstone. Wo tue ich denn das hin? Nehmen, mich setzen, reinlegen. Warten, bis die Nacht vorbei ist. Am besten die Tür zumachen. Beziehungsweise ich will mal kurz noch das Dach hier zumachen. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert, aber... Wie geht das? Wie geht das? Das ist eins näher. Versetzt immer mit dem unteren Ende. Ah. Rauschig. Ah. Zum Glück schlafe ich halt immer so ruhig. Und so würde ich Mario noch plattrollen. Das ist ein Blatt, oder? Ja, sehr gut. Sonst würde ich... Ich bin keine nervigen Monster. Ja. Wow, Mario, ist so toll, dass er auf solche Ideen kommt. Ja. Unwahnsinn. Wow. Wow. Ah. Skelett. Komm her, komm, verbrenne. Hehehe. Hehehehe. Oh. Nimmt Form an da oben. Brauch noch mehr dunkles Holz. Und helles Holz. Mari. Komm mal kurz. Vielleicht für die Ecke. Das dauert immer so ewig, bis ich es aufgehoben bin. Da hast du jedenfalls dunkles Holz. Ich war ja vorhin noch mal ein bisschen was klopseln. Danke, danke. Danke. Weil ich will die Baumstämme und nicht die Holzbretter für die Ränder benutzen. Mhm. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und das Dach will ich dann auch noch damit ziehen. Also keine Ahnung. Nicht, dass du dich irgendwie fühlst, als dürftest du nichts bauen, aber... Hehehe. Hall. Sklaven haben da eh nicht großartig mitzureden. Finde ich gut. Ohne Ohrschipps ist es eindeutig besser. Na klar. Au. Oh, wir sind im Fall geschossen. Hm? Das Viech ist schon tot. So. ein dach muss dann am ende noch drauf ja gerade dabei da kommt der normale stein wie man ihn auch in höhlen findet ich dachte der sieht cooler aus wenn man ihn brennt du kannst vier steine dem ah danke emily sag mal emily warst du die ganze woche soweit in der schule dienstag nicht es geht mir darum was ihr letzte woche so gemacht habt weil dann vier tage nicht da irgendwas war was neu ist oder so ich kann ja tobi auch noch mal anpiken ihr beide seid ja immer so ja also mit die zuverlässigsten eigentlich was anwesenheit und auch dem unterricht folgen angeht und 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 Mhm. Software-Ausaufgabe gibt es eine neue, ein paar Dinge, wir programmieren Englisch, wir die Arbeit gemacht und ET haben wir Montag nochmal. Mhm. 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 Amen. Amen. Also wenn ihr da irgendwas, Notizen habt, irgendwie wäre lieb einfach abfotografieren, mir mal irgendwo reinsetzen, das würde mir schon reichen. Amen. Amen. Die Tür sieht irgendwie merkwürdig aus. Was ist denn das für eine Tür? Birke. Ich dachte, das erinnert mich irgendwie an Kajid. Stimmt. Okay. Ich wollte uns einen gebührenden Eingang machen für so einen Dungeon. So, weißt du, was ich meine? Ja. Hm? Oh, mach ruhig. Ja, ja, soll ich ruhig machen. Okay. Das sieht super aus. Was denn? Ha? Alles gut? Warum lachst du? Geil. Das ist super. Er lacht mich aus. Nee, der Eingang passt. Nicht? Die Tür ist echt passend. Oh, Manu. Was denn? Manu. Was denn? Manu, ich werde gemobbt. Ich mobbe doch nicht. Nee. Was denn? es wird dunkel packt noch eine rote Laterne dran was meinst du damit es ist eine rote Laterne es schaut aus wie für eine Rotlichtbar ich weiß nicht, Rotlichtkram hier Redstone Gedöns meinst du haben wir noch nicht Emily, wenn ihr noch irgendwie was habt so gerne immer dankbar für Unterlagen wenn ich nicht da bin bin ich ja gar nicht so oft nicht da aber weiß was ich Plansch, Plansch ach Jan, Träumerle oh was, warum, wer träumt denn was eine hässliche Tür Emily hau dich wie Mario ist schon fertig ist mit dem Ausbau soweit könnte man noch die Fackeln wieder an die Wand bringen oh der Mond ist schön gehen wir mal schnell ins Bett was für ein was sag ich doch wie für eine Nuttenbar nur ein bisschen ein bisschen nicht gesund neuer Axt in geht's du ich weiß wie haben wie ich 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 hoor ich 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 Oh, no. es schickt ihr seid schon süß also ich für meinen Teil bin hochgradig angsteinflößend und gefährlich und dessen bin ich mir bewusst da fehlt noch was fehlt noch was Emily ich werde dich gleich ich komme da gleich mal rum Emily ist frech zu mir in der Schule hat Emily immer Angst vor mir hier ist sie frech da ist ein Emily Kiesel geht in meine Klasse ich glaube da habe ich schon gesehen klar da habe ich als du auch da warst an dem Tag habe ich die Streifen ins Gesicht geklebt wenn du dich erinnerst die Katzenstreifen Emily war sehr glücklich darüber ich brauche mehr dunkles Holz Jan hier mit dunkles Holz danke das dauert immer so ewig mit dem A immer auf damit mach doch alles gleichzeitig ich finde es schön danke es waren 50 das sollte ja erstmal wieder reichen ja schon ich glaube mehr habe ich auch gar nicht mehr das war alles was ich vor meinen Touren noch hatte siehst du ich gebe dir mein letztes Hemd 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann man die Zäune auch aus anderem Holz machen, dass die anders aussehen? Ja, bestimmt, ne? Bestimmt, ja. Wie macht man dann die Zäune? Holzfalt hier. Fichtenholzbrot. Mal gucken, Lücke. Eins, die Tür trichter. Ah, okay. I see, aha, oh, you see. Die Welt ist lustig. Die Welt ist gefährlich. Ja, weil ich drin vorkomme. Oh, hallo. Ich glaube, die Höllen werden hier am besten. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Nein. Ihr habt Sauntore gemacht. Oh. Statt Sauna. Oh, 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 oh. Das wäre schon putzig. Hm. Putzig? Hm. Putzig? Oh, ah, spinnen. Ich muss mir mal schlafen. Du willst doch nur wieder mit mir schlafen. Direkt noch das Schwert mit ins Bett nehmen. Ich muss nicht von daher... Brav. Ah, Jan, sag mir doch mal, wie ich Zäune mach. Achso, ähm... Zäune war... Ich hab das, glaub ich, auch mit Rezept gemacht, aber ich glaube, das war... Ich seh doch, ich find das hier in den beschissenen Rezepten. Warte mal, ich probier's jetzt mal, komm mal mit. Komm mit! Komm mit! Äh, falsch. Da rauf, genau. So, Eichenholz. Erstmal, ich glaub, man braucht dafür... Braucht man da Holz, oder braucht man... So, zwei davon macht, genau, und dann... Das macht... Ja, das war's schon. Ist ja das Rezept grade bei mir? Ja, also quasi andersrum. Genau. Ja. Okay. Ich hab mal was gewusst. Muss ich im Kalender ankreiden. Oh, ne Markise. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Kupfer, was dauert 1000 Stunden Was dauert 1000 Stunden? Kupfer abzubauen Nö, nicht mit einer Steinspitzhacke Hast du eine Holzspitzhacke? Jo Ich glaube, damit kannst du auch gar nichts abbauen, oder? Zumindest kein Herz Stimmt, dann habe ich das mal verschwendet Hat ja auch lange genug getan Naja, so, Kupfer ein bisschen schmelzen Deine Steine sind übrigens fertig Ich habe das mal getrunen Ich habe das mal getrunen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Zukunft. Ach, wir haben euch alle lieb. Haben wir nämlich. Was? Frechfuchs und Frechkitty? Wie kommt das? Ja, wir müssen schlafen. Zusammen in einem Bett. Da komme ich mit klar. Ich bin ziemlich langsam, was Bauen angeht, oder? Warum? Weil ich so lange brauche für den Tor. Mensch, weil du jetzt weniger hast, als vor zwei Tagen im Spiel. Ich habe vor zwei Tagen im Spiel noch mehr gestanden. Grummel. Ja, aber ich bin schon langsam, oder nicht? Wie meinst du das? Naja, bin ich schnell. Ich bin ein langsamer Fuchs. Ich muss mich trotzdem lieb haben. Ich versuch's. Versuch's. Ich bin ein langsamer Ecker. Ich bin ein langsamer. Ich bin ein langsamer. Neue Rezepte verfügbar, schon in dein Rezeptbuch. Polierter Diorit. Oh ne, Enderman und so ein Zeug. Oh ne, Enderman und so ein Zeug. Was war, was war denn eben? Oh ne, Enderman und so ein Zeug. Oh ne, Enderman und so ein Zeug. Oh ne, Enderman und so ein Zeug. Ich habe ihn getötet. Weiß ich nicht mehr, aber es war süß. Dann ist ja okay, das Zusammennächtigen. Das klingt gefährlich bei dir. Höre Dinge explodieren. Das ist auch gefährlich. Das ist auch gefährlich bei dir. Geht weg. Ja, töte ihn. Das Skelett hat die Spinne angegriffen und die Spinne macht jetzt voll das Skelett an. Das ist lieb von den Gegnern, dass sie Arbeit abnehmen. Das ist jetzt schon der dritte Creeper oder so, der hier explodiert. Kann ich jetzt auch mal meine Ruhe haben? Nein! Ja, ich höre hier öfter mal ein Bumm und ich denke mir dann so hoch. Ups. Ich bin doch nur an das Erz da unten. Autsch. Na? Ich fall dir erstmal direkt vor die Füße. Erstmal direkt Matschfuchs. Wollen wir das Schlafzimmer... Das ist typisch stolpern und dann versuchen cool auszusehen. Äh, hi. Ja, genau. Erstmal direkt vor die Pfoten. Wollen wir die Betten nach oben verlegen? Ich habe uns ein Schlafzimmer gebaut da oben. Ich baue mal mein Bett wieder ab. Ich baue das hier so. Ich schlafe ja gerne in der Ecke. So sieht schön aus. Ja, hier passen die. Ich habe das immer so... Ich lege ja gerne in der Ecke tatsächlich. Weißt du das? Also an der Wand. Bei dir bin, dann lege ich mich ja auch immer gerne an der Wand, ne? Ja, da ist man so sicher. Da kann man nur von wenigen Winkeln angegriffen werden. Richtig. Da fühle ich mich beschützter, wenn ich mich in die Ecke dränge. Und einmal wurde ich ja angegriffen, ne? Im Traum? Erinnerst du dich? Ja, aber eine Ecke bringt dann nicht viel im Traum. Nein. Aber da habe ich ja sogar... Hast du noch mein Bett? Genau. Ja. Da habe ich ja... Da, so, neben, oder? Ja. Ja, mach mal. Ich doch nicht. Ich habe doch gar kein Bett. Ja, unten das Bett, dachte ich. Oh, also ich habe das von unten genommen. Du hast nur eins abgebaut. Ja, aber ich dachte, jeder muss sein eigenes bauen. Dachte ich. Oder geht das ums Benutzen? Ich dachte... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir jetzt so... Da kommt das Spiel nicht durcheinander mit platzieren von Betten. Da kann man doch ein gutes Bett hinmachen. Einfach zum... 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 zum angucken halt, damit die Ecke voll ist. Hm. Ja. Hier oben ist ja auch viel schöner, jetzt hier unten so im Durchgang zu schlafen. Ja. 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 Drei Mal im ganzen Jahr vor, dass ich so ein Schlimm... Dass ich so gruselig träume, dass ich davon nuschelnd und quietschend wach werde. Das hat's gemacht. Ja, ich hab's ja nicht mitgekriegt, weil ich ja im Schlafe war irgendwie halbwegs. Aber... Das hat sich ganz verstört angehört. Ja, ich war ja auch verstört. Hallo. Ich hab geträumt... Ich weiß es immer noch, weil mich das so verstört hat. Wie ich im Badezimmer... Also eines der beiden Badezimmer im ersten Stock meines Elternhauses war ich. Ja, und dann hab ich da so Schreie gehört. Das klang halt wie das Kind meiner Stiefmutter. Und dann war's still. Und ich dachte, ja gut, wird mein Vater oder Stiefmutter oder so schon nachgeguckt haben. Ja, und dann... Hat auf einmal... Kamen Geräusche vor der Tür. Und dann kamen da so komische schwarze Hände und Finger drunter durch und alles. Ja, und dann hab ich die Tür aufgemacht und da hockte halt so ein komischer schwarzer Dämon. Und das hat mich schon ganz schön verstört. Wann ich doch Horrorfilme gucken? Das... Ja, ich weiß nicht. Das waren irgendwelche unverarbeiteten Emotionen. Ist ja meistens so. Und dann bedient sich das... Die eigene Fantasie bedient sich dann halt Bildern, die man kennt. Eben zum Beispiel ja auch aus Horror. Mit so leuchtenden roten Augen hat er mich dann angeguckt da und alles. Und dann... Es ging weniger um das, was man sieht, sondern um das, was man fühlt im Traum. Und da hab ich halt einfach nur Angst gefühlt. Und dann bin ich da quietschend wach geworden. Ja. 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 Sehr ernstzunehmend. Und so. Ja. 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 Dup tuh d Water ich glaube wir können gleich mal pennen gehen schon wieder in der nacht ja deswegen ja viel zeug das geht so schnell ja das ist ein tag und länger nacht ist also den tageszyklus wenn das geht du kannst jetzt nicht schlafen ist ein monster in der nähe super gut die war ja direkt vor der tür naja ich wollte gerade auch mit erde schlagen das ist eine tolle idee macht viel schaden ja findest du auch oder nicht sollte ich noch okay okay und ihr lieben vielleicht nicht doch ihr lieben nicht bösen zuschauerlein was treibt ihr so nebenbei beim zuschauen ich gehe gleich mal hier jetzt schon gut ist schon mit der nacht ne also ich habe immer irgendwie kein zeitgefühl das ist immer ganz verrückt mit mir überlegen was ich machen soll wie wäre es wenn du mir eine statu baust also verdient hätte ich es ja ne tschö tschät was noch schlafen ja dann schlaf du mal schön on sie ne fühl dich mal gedrückt auch kein unfug gute nacht aber also wir bräuchten mal eine brotfarm brotfarm ach so so mit weizen und so ja wir haben hier doch noch platz hier hinter ne irgendwas ist ja explodiert schon wieder ja ja explodiert dauernd aus das normal wir hätten ja noch platz hier wenn wir noch ein zweites tor bauen hier auf die freie ebene dahinter unserem garten ne könnte man fältchen hinbauen fände ich wäre ne idee könnte ich durchaus mal angehen so was noch was explodiert was ist denn los hier oh da ist auch noch ein das ist noch ungefähr eine trillion dollen creeper ja was ist das ich habe nur ganz glätt getötet ich habe ein dungeon dings gefunden und was hier ist ganz viel loot wo sehe ich nicht wo du bist bist du unten hier unterirdisch okay das ist cool ja so viel loot war das auch nicht dinge findest ja hier sind zombies spawner kann man fackeln drum bauen dann spawnt nix mehr kann man später auch eine monsterfalle basteln oder sowas habe ich mal gelesen warum habe ich keine fackeln ah das kann ich doch noch ein paar nicht lange fackeln ne haha ich habe wirklich nicht genug fackeln um das ganze zeug hier auszuleuchten ne ich habe gerade wieder weizenkörner gekriegt oh ich habe uranen gefunden ja das ist bitte weit weg von unserem schlafzimmer ich glaube das fügt sogar schaden zu ne ja es gibt ja dann strahlung hier im spiel durch das äh durch die addons fang dir doch einen fuchs in minecraft jaa füchse sind so süß jetzt ein bisschen uranerz macht doch niemandem was nö ich habe uran auch immer gerne in der arschtasche wo ich auf einmal mit meinem hintern breiter kriege ich irgendwann so einen Godzilla Arsch was 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 war 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, 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 nein Oh maaaam Wollte ja nicht mehr so schreien Oh, jetzt liegen meine Sachen da auch alle Ach, darum gehe ich immer beim Minecraft nicht in den Untergrund Mein Herz ist gerade auf 180 Ich renne da schnell wieder hin Ich habe nichts gehört, ich bin sehr beherrscht Scheiße, das Viech ist da noch Scheiße, jetzt kommt das Viech mir hinterher Ja, ja, komm nur her, dann bist du hier oben Aber jetzt komme ich nicht mal in meinen scheiß Fick Oh, mein Herz ist gerade auf 180 Meine Nachbarn denken echt, der hat eine Klatsche Darauf brauche ich jetzt erstmal wieder eine halbe Stunde Eine halbe Stunde Ruhe Oh, mein Herz Kann nicht gesund sein Ach, jetzt muss ich alles wieder umsortieren Ich muss jetzt mal wieder auf einen normalen Puls kommen Nimm dir raus, was du brauchst Ich habe einfach mal grob hier Zeug reingeworfen Uff Ich habe das Gefühl, das ist, was die Leute nachts hören wollen Lautes Rumgebrülle ins Mikrofon Ja, deswegen darf ich nachts gar nicht in Dungeons rein Oder allgemein überhaupt jemals Ja, deswegen halte ich mich auch immer so fern von solchen Löchern Bin lieber eine Oberfläche am Busen, weil ich genau weiß, dass ich das nicht abkann Hatte ich denn überhaupt noch im Inventar von dem Kram? Uff Kommen wir eben erstmal ins Bett Damit wieder Tag ist Vier diagonal ist echt Echt viel Du erinnerst mich manchmal an diesen Typ, von dem es das Video gab Ich darf deshalb vieles gar nicht spielen Ich spiele auch fast nur ruhige Spiele Weil das ganz schnell meine Ungehaltenen Seiten weckt, sowas hier Aber das ist mir ja peinlich Das will ich ja gar nicht Deswegen Spiele ich sowas eigentlich Ja, nachdem ich dann nochmal so eine Million Mal geschrien habe Glaub ich nicht Nicht in diesem Leben Ich hatte doch auch noch Sprossen, oder? Ja Das hatte ich auch Ich werde merken, wenn mir was gerade aktuell fehlt Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh Gott, ist da schon wieder eine Armee Ja, das ist ganz schlimm hier Das Spiel übertreibt Deswegen halte ich mich aus dem Untergrund auch lieber fern Sonst schreie ich hier noch Halbgelsenkirchen zusammen Es kann doch nicht sein, dass ich vier Schläge mit dem Eisenschwert für den Creeper brauche Und er, wenn er eine Millisekunde zu lange in meiner Nähe ist, schon hochgeht Das ist von Leuten wie dir programmiert Ganz klar Ja, eindeutig Leute, die ihre Spielerschaft quälen mit Schwierigkeitsgrad Ja, 9x9 81 Blöcke für Farmzeug What? Wie? 9x9 sind 81 Blöcke für Farmzeug Ja, ja, 9x9 sind 81, aber Ach, ist das angenehm, wenn ein Skelett aus Versehen irgendwas anschießt und die sich dann umkloppen Ach, ja Das denke ich mir Das denke ich mir Ich verstehe das noch nicht ganz, wie das mit dem Farmzeug meins Ich wollte halt so Rillen machen Aber offenbar brauche ich die Rillen gar nicht so eng zu setzen Das ist mit der Pflatsch, hallo Pflatsch Ja Du machst mich nervös und so Ich werde dann da ganz Ja, Pflatsch Also das ist jetzt hier Also, also 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 Also, also Also wenn ich so eine Reihe aus Wasser mache, Emily, ne Dann sollten doch so, 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 dann sagst du, dass 1, 2, 3, 4 Links und rechts jeweils davon dann feucht bleiben für Feldfruchtkram, ja 4 sogar Bei 4 Diagonal, wir reden sogar 1, 2, 3, 4 Da könnte man ja hier wirklich mit einem Wasserloch irgendwie unheimlich viel Hätte fürs Aussehen gerne so eine Wasserspur und dann da halt Feld daneben Das ist in die Richtung No, no, no Da ist ein Murloc reitendes Mini-Zombie Ei, 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 ei Siehst du, das sind so Sachen Warum ich Nicht wirklich viel meinen kann Wenn ich das am laufenden Band hätte, diesen Stress, ne Sehr rachsüchtig werden und das nicht lange spielen Mario-Marke-Action Ja, aber ich würde auch gern irgendwann mal zwischendrin runterkommen Nur ist hier halt dauerhaft irgendwie eine riesige Armee Und dauernd Spawn irgendwo hinter einem Creeper Das könnte man ruhig ein bisschen runtersetzen Ja Aber so ist ja okay Aber nicht, dass alle 20 Sekunden irgendwo ein Creeper rummockt Finde ich Ja, ich bin bei dir Das glaubt mal, dass ich da bei dir bin Jo, drei Creeper Ja, das ist schon nicht mal feierlich, also Das ist übertrieben Ja, und nach dem dritten Schlag gehen so hoch Das ist übertrieben Da kommt wieder so ein Fickvieh von hinten, also so ein kleines Wo kommt das überhaupt her? Interessant zu erleben Ja, ich weiß nicht Kleines Missgeburtenfiel Das ist mal im Ernst, die Keine Ahnung, wo die herkommen teilweise Also wenn ich hier jetzt Bild haben will Und da auch Da kann ich hier einfach Wenn ich hier Wasser Also zwei links, zwei rechts Jeweils gehen, sagst du, Emily, ja Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sowas machen würde Hier jetzt geradeaus so eine Spur aus Wasser Könnte ich hier die beiden Und da die beiden Die wären dann auch im grünen Bereich, ja Sagst du, das ist so Beziehungsweise hier dann Oh oh Hört das äquivalent dazu Dann hier Hoch Hoch giftet. Ich weiß nicht, wie lange hält so ein Gift. Wollte ich jetzt so rausfinden. Also Emily, fühl dich mal angepiekt. Ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Mitte Wasser und dann links, rechts zwei Felder. Und in der Zeit ich muss mal kurz Pipi machen gehen. Ich stelle mich mal ich gehe mal kurz Pipi machen. Und solange ich stelle mich einfach in die obere Etage rein. Ich brauche ein, zwei Minuten oder so. Ich muss nur pisch, pisch. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. Das ging doch zügig, ne? Oh, es wird auch schon wieder Nacht. Wenn er vier diagonal vom Wasserfeld aussteht, gehe ich davon aus, dass das so läuft, wie ich mir das vorstelle. So, da bin ich wieder. Ja, es ist wieder dunkel. Ich komme mit der Schaufel ins Bett. Ich war frech heute, ich muss gepaddelt werden. Es ist ja quasi wieder wie eine Stardew-Welle hier. Ja? Na, ich gehe in die Mine, du gehst farben. Das ist richtig. Ja, weil Mine ist mir halt auch zu stressig. Da kriege ich Angstzustände. Dann fange ich an zu schreien. Ich habe dich gar nicht gemerkt, dass du anfängst zu schreien. Ja, siehst du, das sind so Gründe. Gib dir gleich auf den Arsch. Was denn so hast du dir? Ja, ich fange halt, das macht mich halt wütend, weil ich mich erschrecke. Auf eine Art und Weise, auf die ich nicht erschreckt werden will irgendwie. Also, es ist halt kein Horror-Kram. Das ist halt Frustrations-Action und so. Das ist eine andere Klasse von... Wow. Ja, das ist für mich... Ja, Frustrations-Action fasst das gut zusammen. Und weil ich mich kenne, mache ich es lieber gemütlich. Ich weiß nicht, dass ich nicht mal in die Mine gucke. Aber... Aber lieber nicht. Was? Aber lieber nicht. Naja, sagen wir... Nur mit einem Maschinengewehr und Ultra-Rüstung. Ja genau, irgendwann, wenn du denn... Wenn ich hier schon, keine Ahnung, Mühlen hingebaut habe und alles und, äh... Und du dann schon Diamant-Kram irgendwie gecraftet hast oder so, ne? Und dann fällst du damit in Lava und dann flippst du dein Monitor durch den ganzen Raum. Ja, dann... Das wäre tatsächlich, glaube ich... Also, wenn ich dann mit Super-Rüstung in Lava fallen würde, alles weg oder so... Das wäre für mich so ein Grund, so ein Spiel dann halt nicht mehr zu starten. Quasi, ja. So lange... So was Seltenes mir das Spiel dann einfach wegnimmt. Damit komme ich ja in diese Roguelike-Geschichten, dass das Spiel mir dann einfach Dinge wegnimmt. Damit komme ich ja nicht so gut klar, ne? Echt? Ja. Okay, cool. Da merkt man auch nicht, ich weiß. Ja, aber das wären so für mich so Sachen, die würden es mir unheimlich schwer gestalten, weiterzuspielen, tatsächlich. Warte, ja. 9 mal 9 sind 81 Blöcke verfahren. Achso, das habe ich schon gelesen. Das ist schon lange her. Ich dachte, gerade ich werde alt. Ich dachte gerade, ich werde alt, was für eine Aussage. Mhm. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, du Tapsido Irgendwann müssen wir anfangen unsere Drohnen zu sortieren, aber heute ist nicht dieser Tag Ja, du Tapsido Ja, du Tapsido Ja, du Tapsido Ja, du Tapsido Terraforming Hm So, dann müssen wir durchgehen So, da muss immer einer Platz sein, finde ich Wie sieht das komisch aus Ja, du Tapsido Ja, du Tapsido So 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 Soll ja auch schön aussehen Da muss immer der Natur Möglichkeiten geben, wieder Gras wachsen zu lassen, ne Was? Ja Genau Genau Steinkram geht immer so schnell putt Hm Hm So 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 Ich brauche eine Scha-ha-ha-ha-ha-ha. Hast du schon eine Hacke? Nee. Zum Pflügen? Nee. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken. In welche Tour hattest du die Steine reingepackt? Keine Ahnung. Uff. In der Mitte waren aber nur zwei oder so. Okay. Ja, ich sehe schon, es war wohl nur der Rest. Teilweise gibt es hier bei uns ja auch schon Sachen mehrfach. Das wollte ich herstellen. Wie die Bruchstein mittlerweile da ist, weil ich so viel für die Steinherstellung benutzt habe. Wofür benutzt du die Steine? Zum Ausbauen der Burg. Unser Eingang in die Unterwelt. Ich denke nicht so. Hallo, wie ein mäßiger Musik kommt gerade bei mir. Okay. Hier ist stillschweigen. So viele Steine habe ich gar nicht, um die ganzen Löcher aufzufüllen, die die Viecher gesprengt haben. Ach, ist schon okay. So. Dann hast du hier hinten auch Zugang zu deinem Rubbergarten. Hier fehlt hier auch noch was. следующ ist. Und überern. Schuss, jetzt genau. Dann riß Pi, Echo. Höhre Viecher. Na, ein bisschen Zaun brauche ich noch. Oder so rum. Ja. Oh, oh, ich habe diese Klein-Zombie-Viech-Geräusche gehört. Da kriege ich ja direkt ein bisschen Angst. Ja, da kommen auch schon große Viecher. Oh nein, ich verbisse mich ins Haus. Kleine Zombies. Ich habe Schiss. Ich gehe nach oben. Ich würde sagen, ich gucke aus dem Fenster, aber ich bleibe hier einfach stehen. Die See. Ich habe nichts mehr zu tun. Ach so, geht nicht. Und das sind die hier, die mich eben genervt haben. Ja, diese kleinen Scheißviecher, ne? Oh, Pfeil. Scheißviecher. Kann man ja nichts machen auf die Entfernung. Reicht ja wahrscheinlich schon. Ja. Wurde von Skeletterschossen. Hm? Wie das noch im Chat-Laut drin steht. Mhm. Na, da brennen sie schon. Brennt. Ja, die Monsterdichte ist ganz schön ordentlich. Hier. Ja. So, hier ist jetzt alles soweit fertig. Bis auf Felder machen und Wasser. Diese kleinen Zombies, sie sterben gar nicht bei Sonnenschein. Die sind ja auch okay des Todes. Ja, sind sie. Sind die noch bösartig oder passiv? Ich habe ihn aber besiegt, weil er hinterm Zaun stand. Und er nicht an mich rankam, aber ich an ihn. Gut. Nicht wahr. Du COVID-19. Uh,ątpäine. Ich kann's. Ich kann's. Ich kann's. Nee, geht. Vielen Dank. Ich überlege dir gerade, wie man Pistons macht, aber das fällt dem Fuchs auch nicht mehr ein. Ich glaube mit Redstone, Holz, Eisen und ... Ich glaube, das war's, Großtanz. What the fuck? So, 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 so macht's Geräusche. Jau. Boah, was ... Macht Geräusche bei dir? Hm ... Na, 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 na ... Jetzt hab ich auch mal wieder Musik, bei mir war's ewig ruhig. Evic ... Evake ... Oh, da ist ein Creeper draußen. Ich hoffe, der bleibt da auch schön. Ah ... Mich das Fickvieh erschreckt hat. Das ist niedlich, dass du auch mal erschreckst. Kennst du auch mal, Alter. Ich sitze die ganze Zeit meinen Leo. Oh ... Nein ... Ja, das tust du tatsächlich. Alter ... Kein Scherz. Das fühlt sich wirklich so an, als würden die teilweise echt zwei Meter hinter einem spawnen, meistens. Gerade, wenn man sich umgedreht hat. So, als würde das Spiel wissen ... In die Richtung schaut er nicht. Also setzen wir mal zwei Meter dahinter ein Monster hin oder so. Das wäre sehr bösartig vom Spiel. Als könnten Monster nicht da auftauchen, wo man gerade hinguckt oder so. Vielleicht soll das ja tatsächlich so sein. Was realistischer ist. Ich liefere mir jetzt ein Bogenduell mit dem Skelett. Oh ... Wo ist das jetzt schon wieder her? Wo? Stell dein Spiel mal auf Schweizerdeutsch oder Österreichisch. Ach, sowas geht? Ich kann mir vorstellen, dass ich es dann sehr ernst nehmen würde. Oder ist auch ein Creeper an unserem Haus dran? Wäre doch gut, wenn du es dann sehr ernst nehmen würdest. Theoretisch. Mhm. So. Treiben sich Creeper rum. Direkt unter mir. Draußen. Sehr beruhigendes Arbeiten. Mario blockiert irgendwelche Gänge hier unten. Damit auch Yannix da durchkommt. Aus dem Dunkeln. Ja, aber dann gibt es wahrscheinlich eh noch irgendwo ein Loch an der Decke, das in den Gang führt. Wo dann Zombies rausspringen oder Creeper. ... ... Ich finde es witzig, wie ich es teilweise aus Panik übertreibe und so viele Fackeln nebeneinander hinhau einfach, damit es ausgeleuchtet ist. Ja, ich kann es aber verstehen, so was ich da von dir höre, das klingt nicht nach Entspannung. Was ist das auch noch? Ich glaube, ich darf da eigentlich gar nicht runter. Nie. Weil ich will das Spiel auch noch spielen. Ich glaube, mein Steinvorrat ist jetzt, glaube ich, komplett weg. Wir haben keine Steine mehr. Mal gucken. Ein anderer Drohnen. Nee. Alles verbraucht. Ich würde ja gerne sagen, ich habe vom ganzen Graben noch viele Steine, aber ich baue A hauptsächlich Erze ab. Und dann auch viele wieder zu. Und B brauche ich die auch, um wieder zu verbarrikadieren, weil hier ganz viele Monsterlöcher sind. Monsterlöcher. Du musst halt Monsterlöcher stopfen, ich verstehe schon. Ja. Ist halt echt so. Das ist alles was. Kommt mir heute vor wie Samstag. Ist so sauer nicht. Dachte ich mir. Ja. 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 Das geht alles. Jetzt ist es schon wieder dunkel. Da ihm das Spiel nichts schenkt, pisse ich mich mal lieber wieder. Richtung E-Rain. Ja, du bist ja noch in einer Mine, ne? Jetzt kommen wir doch raus. Okay, ja dann, dann verpisse ich mich in Richtung Bett. E-Rain. Aber ja, Emily, Schweizerdeutsch wäre auf jeden Fall mal eine witzige Idee. Kann man das random umstellen oder muss man da neu laden und alles? Das kannst du random umstellen unter Escape. Also, keine Ahnung, das letzte Mal, als ich die Sprache umgestellt habe, ist mein Game abgeschmiert. Ach, das ist ja beruhigend. Aber nach dem Neustarten ging alles. das ist. Dann revariere ich mal weiter den Berg hier hinten, damit er nicht mehr so old aussieht. Den Berg reparieren, das klingt aber auch. Darf ich mir erstmal wieder eine neue Spitzhacke machen, die Stein aber echt im Handumdrehen kaputt ist. Da ist das doch Stein. Läufts. Dann dreh doch deine Hand einfach nicht um. Was? Dann dreh doch deine Hand einfach nicht um, wenn das im Handumdrehen kaputt ist. Mario braucht auf den Po. Er fühlt sich konfrontiert mit seinen eigenen Witzen. Ich verstehe gar nicht, wie er das mal überlebt. Eine Hacke brauchen wir doch auch, ne? Zum Felderbewuseln. Ja. Aber ich glaube, das haben wir sogar noch in der Truhe. Da brauche ich jetzt nix. Wir brauchen eh erstmal einen Eimer, damit ich Wasser schöpfen kann und sowas. Oh oh. Erstmal operiere ich den Berg weiter. Wenn wir ja keine Gulaschaussicht haben, ne? Neues Rezept verfügbar. Okay. 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 Und ab. So kommt jetzt zuhusel come. So werden wir vois was aber es sind hier urpre polyge找en. Was ist denn wichtig? Ehem. Asen geht mal auf. Jaw Germany. Ja? Wie kann dafür in die fruchsfesten. D Washington muss he zal dynamic heres passieren. Der Berg ist glaube ich soweit repariert. NANANANA Ja, Redstone. Da muss ich leider hochgehen, weil ich keine Fackeln mehr habe. Nicht lange Fackeln, ne? Ja, Redstone. Ja, Redstone. Ja, Redstone. Man hört Viecher. Man dreht sich um und hinter einem Bumm. Klingt nicht so angenehm. So, da stimme ich zu. Lala. Ja, Redstone. Ja, Redstone. Ja, Redstone. Wo kommen die denn alle her? Aus dem Nimmerland. Das frage ich mich aber auch manchmal. Nein! Auch hier oben. Ja, komm ich hier wieder weg. Ja. Das ist stressig. Das höre ich von Mario, weil sonst immer alles gewohnt ist. Ich werde alt. Ja. Ja. Du bist alt. No. Ja. Nein. langsam mal neues essen. Neues Fla essen. Fla ist lecker. Kannst du einen Eimer herstellen? Ja. Dann könnte ich anfangen uns ein Feld zu bauen. Man nimmt einfach drei Eisenbahnen und tut sie in V-Form anordnen, mache ich kurz. Okay. So. Danke, Schnürf. Der sieht ja schick aus, der Eimer. Lalalala. Jetzt wird es gleich brenzlig, spannend. Ja. In der Höhle. Ich drücke dir die Pfoten. Wollen wir kurz warten, bis wir schlafen gehen können. Wollen wir? Kannst du dir denken, was das hier wird? Was hältst du davon, wenn man die Rillen so längs macht? Dann müsste man nicht hier außen rumlaufen. Ich dachte, das wäre schön. Aber sag, ja. Weil ich wollte sonst... Ich wollte jetzt hier über zwei Felder links und rechts, weißt du, jeweils. und dann würde ich hier hinten halt immer noch so... Ja, ja. Das ist nur so eine Idee. Na schon. Huchse. Ist du doof? Huchse. Huchse ist doof? Was zum Geier baust du da eigentlich an? Ich baue Liebe. Weißt du doch. Wie das aussieht hier. So. Ich habe Pfoten. Und es liegt in meinem Bett. Ich werde mich halt drauf rollen. Ähm. Ich meine, dein Turm. Ja, das ist, äh... Weißt du, Emily? Ne, achso, ne. Das schreibt jetzt gerade Elfsche. Eure Schriftart ist... Äh, Schriftfarbe ist gleich. Deswegen bin ich manchmal verwirrt. Bei mir nicht. Warte, gib mir mal einen Eimer. Wusstest du... Dass wenn du... Dass du so machen willst? Und man vervielfältigt Wasser aus sich selbst heraus. Ja, also... Guck, wenn du hier einen Wasserfleck hast. Mhm. Und dann... Eins freilässt. Und dann noch ein Wasser hinsetzt. Dann wird das zwischen den beiden Wassern auch zu einer Quelle. Das heißt, wenn du alle zwei wieder eins reinsetzt. Und eins nach links gehst, wegnehmen. Dann gleicht sich das aus. Verrückt. Arigato. Naja, das ist so ein verfallener... Wobei Lava geht das nicht. Okay. Das ist ein verfallener, gruseliger, alter Turm. Elfsche. Wer möchte nicht in einen verfallenen, alten, gruseligen Turm reingehen? Ich finde das sehr... sehr wichtig, dass man sowas hat im Garten. Einen verfallenen, gruseligen, alten Turm. Ich. Aber Elfsche. Magst du keinen Grusel? Aber Elfsche. Knurps. Hatten wir nicht sowas? Ach ne, das war dann wahrscheinlich... Lose und Verfall und Spuk. Stimmt, das hatten wir ja letztes Mal in den Turmen. Nicht dieses Mal sowas. Aber da kann ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr bauen, weil ich keine Steine mehr habe. Äh, ne Hacke. Da ist noch ein Stein übrig, aber das reicht nicht. Zwei. Immer dieser Marathon durch die Höhle. Oh. Kann keine machen. Um überall Fackeln zu setzen, bevor die Monster um mich herum spawnen. Aber ich habe hier einen Stein gesehen. Zwei Steine. Die kann ich kurz abbauen, dann kann ich mir das bauen. Ich muss auch gleich mal in die Höhle gehen und einfach nur Steine fahren. Zu viel Gefahr brauche durch den Turm. So, ich parke mich nach dem Schlaf nachher und mach nicht mehr so lange. Nö, nö. Oh Scheiße, es gibt ja gleich ein Disconnect. Och, da muss ich ja gleich wieder rumkotzen. Scheiße, ich habe die Zeit ganz vergessen. Ich war erschreckt mit deinem Oh Scheiße, aber ich dachte, das wäre irgendwas Schlimmes. Ja, ist es. Ich kriege gleich wieder ein Disconnect. Ich habe zwei Teile gerissen. Also, meine Lieben, da saufe ich gleich nochmal einen drauf. Also, nicht wundern, wenn ich gleich kurz ein paar Minuten weg bin. Und vielleicht sogar hier rausfliege. Aber es sollte ja alles gespeichert bleiben und so. Oh nein. Es riecht mich schon auf, wenn ich nur das erwarte, dass es gleich passiert. Ach, Telekom. Ach, ich lebe damit, dass ich jeden Tag, jederzeit disconnecten könnte. Ja gut, dann werden meine Arme wahrscheinlich schon zerfurcht. Ich finde, 2019 sollte das schon Kulturgut sein, wenn das Internet läuft. Sollte man Anträge stellen. Sollte. Mhm. Dass es zum Kulturgut wird. Sollte ist aber nicht immer Ist-Zustand. Tja, dann muss man das verändern. Also schlaf jedenfalls schön, Elfsche. Dann kriegst du meine Aufreger gleich nicht mehr mit. Ja, da haben wir. Ich wünschte, das würde mal irgendjemand ändern. Tja. Es wird... Mein Schicksal, zerhackte Streams. Wir hatten die ganze Ferien kein Internet, war sehr schön. Ja gut, dann hättet ihr mich wahrscheinlich auch nicht mehr in der Schule, weil dann hätte ich mich wahrscheinlich einfach schon umgebracht. Wäre ich halt tot. Nö, das ist so dumm. Das ist halt so. Das ist richtig dumm. Na, Emme ist so, da wäre ich einfach nicht mehr da. Das wäre halt schlecht für euch, ne? Aber... Das wäre halt schlecht für euch, aber... Tja. Was habt ihr dann davon? Ja, genau. Dass keiner dafür gesorgt hat, dass ich... Lenny... Dass ich gutes Internet habe. Lennyxflox568. Vielen Dank für deinen Follow. Ich fühle mich bestätigt jetzt. Das war also richtig. Okay, danke. Das ist richtig. Egal, was passiert. Ach. Gleich fühle ich mich sehr schlecht, nehme ich an. Ups. Weil er nie aufhört. Ich habe Angst vor der Lava. Ich habe Angst, dass irgendwie zwei Meter hinter mir irgendein Creeper spawnen und mich reinschubst. Jetzt immer nach rechts gucke ich jetzt zu meinem... Ob ich schon rausgeflogen bin. Ich habe schon Angst. Das ist ja... Nö, ich gucke halt jetzt alle paar Sekunden gucke ich auf meine Anzeige, ob ich schon rausgeflogen bin. Und mein Puls geht schon wieder. Weichei. Ich kann eben... Das Leben muss immer funktionieren. So ist das. Bei einem Weichei, ja? Ja. Ist so. Ich gehe halt zu dem komischen Weichei-Schuppen. Und? Superveenie hat Juniors. Naja, so war es genau. Ich dachte, du meinst den Schuppen nebenan. Super-Ultra-Vini, super-Weichei-Schuppen für Juniors. Ich habe an viele Qualitäten, aber Geduld zählt nicht dazu. Geduld mit Missständen. Unter Stressfähigkeit. Ja, das ist es ja im Endeffekt. Du brauchst ja Geduld, um belastbar zu sein im Endeffekt irgendwo. Das ist nicht so meine Stärke. Ich habe viele Stärken. Ich kann die gar nicht alle zählen. Zum Beispiel Bescheidenheit. Richtig. Hobbygärtner, yay. Ich kann die gar nicht alle zählen. Dann fangen wir mit Bescheidenheit an. Ja. Für mich, für die Summe meiner ganzen Vorzüge, wurde eine neue Zahl erfunden, weil es sie noch gar nicht gab vorher. Da hast du gar nicht so viele Daumen, wie du Vorzüge hast. Ja. Um sie abzuzählen. Komisch, ich bin noch gar nicht geflogen. Vielleicht kommt das ja gar nicht. Ich bin noch gar nicht reingegaden. Ich bin noch gar nicht geflogen.